Podkantstadt, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Tatsächlich heute, als wir dann gemeinsam auf dem Platz gefeiert haben, war das schon so ein Moment, wo man sich mal, ich habe mich nicht gekniffen, aber schon gefragt hat, was hier jetzt gerade eigentlich abgeht. Und heute genieße ich es auch. Wir haben jetzt kein Spiel vor der Brust, wir haben jetzt eine Länderspielpause und man muss dann auch mal kurz innehalten und das genießen. Das ändert nichts daran, dass wir, wenn wir wieder alle zusammenkommen, dass wir richtig Bock darauf haben, uns auf Union vorzubereiten in Berlin, was wieder schwierig wird. Aber jetzt haben wir mal 18 Punkte in der Tasche. Das ist das alles Entscheidende für mich. Du spielst gut über die meiste Zeit, aber du musst dich dann halt auch belohnen mit Punkten und das tun wir gerade und das tut enorm gut. Darüber sind wir alle sehr glücklich. Siru wurde, glaube ich, in den letzten Wochen schon so viel erzählt. Es ist enorm, freut mich für ihn, weil er einfach so ein hoch anständiger, normaler Kerl ist, der die Dinge immer wieder richtig, richtig gut einordnet. Deswegen gibt es da auch keinerlei Gefahr und Sorge, dass er irgendwie abhebt, Allüren bekommt. Und ja, das ist natürlich der große Kopf des Erfolgs gerade, aber da gibt es schon noch ganz viele andere, die auch maßgeblich dazu beitragen, auf und auch neben dem Platz. Mit den Worten von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, nach dem nächsten Erfolg, nach dem 3 zu 1 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, steigen wir ein in diese Folge. Philipp Meislich, grüß dich. Grüße retour, grüße an euch da draußen und grüße an denjenigen, der hier neben uns sitzt, der die letzten Wochen schon mehrfach bei uns in der Sendung zu Gast war, aber nie so richtig. Jetzt aber macht er seine Premiere hier. Nico Wille, grüß dich. Hallo zusammen, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Freut uns auch. Philipp Meislich, endlich mal keine WhatsApp-Sprachnachrichten nach den Folgen unter der Woche, sondern jetzt reden wir richtig miteinander. Ich werde sie vermissen, aber trotzdem. Wir freuen uns drauf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden natürlich im Mittelteil unserer Folge ausführlich auch über dich und deine Person und dein Wirken hier beim VfB zu sprechen kommen. Haben natürlich zu Beginn den Rückblick auf dieses Spiel gegen den VfL Wolfsburg, in dem, wie ich finde, echt sehr, sehr viel drin war. Und hinten raus schauen wir ein bisschen auch auf die Länderspielpause, was sich alles so tut, in der Zeit, in der der VfB nicht spielt. Aber auch aufgrund dessen, dass eben die Länderspielpause da ist, keine Vorschau auf ein direktes Bundesligaspiel. Haben wir ein bisschen mehr Zeit für unsere Gespräche. Nico, wie hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ich war im Stadion, ja. Und? Ja, es war eine Glanzleistung. Ich war natürlich begeistert, vor allem von der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir haben nicht gegen irgendeinen Gegner gespielt. Wir haben gegen den VfL Wolfsburg gespielt, der eine sehr, sehr reife Leistung aus der Halbzeit aus meiner Sicht gezeigt hat. Da habe ich für mich schon gedacht, boah, das ist schon eine Spitzenmannschaft so. Aber es gab eine andere Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit diese Spitzenmannschaft wirklich an die Wand gespielt hat. Und das war der VfB. Und das war wirklich einfach nur begeisternd, das von draußen zu sehen. Das waren keine Zufallstore, sondern dieser Sieg wurde erzwungen und zwar fußballerisch. Und das ist das, was mich dann begeistert hat und wo ich dann einfach sehr glücklich, muss ich sagen, auch nach Hause gefahren bin. Weil ich bin jetzt schon viele Jahre hier in dem Verein und Berg- und Talfahrten sind hier gang und gäbe. Ich freue mich, dass wir jetzt gerade länger auf einem Berg oben sind und dann dürfen wir wegen mir gerne auch bis Weihnachten bleiben. Also deswegen ist das schon eine tolle Situation momentan. Ich finde es ja gut, dass wir ja nicht mal einen Trainer hier haben, der tatsächlich den Blick einfach mit einbringen kann, den wir als Beobachter vielleicht nicht so haben, weil wir auch nicht die Ausbildung haben dafür. Aber würdest du, weil du gerade gesagt hast, fußballerisch erzwungen, würdest du tatsächlich sagen, dass das vielleicht der markanteste Unterschied ist zu, seit man vergangenen Zeiten, das Fußballerische? Ist das was, was neu ist beim VfB? Dass man halt versucht, nicht über den puren Willen, die pure, wie soll ich sagen, über die klassischen Tugenden zu machen, die man in Deutschland so gerne so hochhält, sondern versucht wirklich den fußballerischen Ansatz zu wählen? Ja, ich denke, das haben wir aber auch schon vor zwei Jahren gesehen unter Matarazzo, dass die fußballerische Linie wesentlich mehr zugenommen hat unter ihm. Natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, wenn das nicht von Erfolg gegrönt ist und die Abstiegslinie rückt näher, dann musst du auch diese Tugenden wieder mehr in das Spiel integrieren. Jetzt siehst du aber, dass die Qualität der Spieler vorhanden ist, dass sie sich ein Stück weit weiterentwickelt haben, dass der Kader natürlich auch punktuell weiterentwickelt wurde und das Selbstvertrauen vorhanden ist. Und auf einmal ist es ein sehr, sehr schönes, fußballerisches Spiel, das sie da abliefern. Und das war, glaube ich, am Samstag der absolute Beweis dafür. Was für mich auch einfach einen riesen Unterschied ist. Ich glaube, Philipp, wir haben es schon mal vor ein paar Wochen angesprochen. Wenn du einmal in diesen Strudel reinkommst, dann ist es schwer, da rauszukommen. Und das gilt offenbar nicht nur für einen Negativstrudel, sondern auch für einen Positivstrudel. Weil wenn du dir das anschaust am Samstag, die Wolfsburger, Nico hat es gesagt, die sahen echt gut aus. Im ersten Durchgang haben die VfB wenig Raum gelassen und dann gerätst du auch noch in Rückstand. Eine Situation, die man in den vergangenen Jahren bei Heimspielen verdammt oft hatte. Und wenn du dann eher so normalerweise in diesem Negativstrudel bist und du liegst wieder mal 0-1 hinten, denkst du so, boah, geht das schon wieder los. Und verfängst dich vielleicht irgendwann darin. Aber am Samstag hatte ich das Gefühl, und das war für mich das Beeindruckendste, dass allen im Stadion klar war und vor den Bildschirmen, für die Fans, die nicht im Stadion waren, dass da noch alles drin ist. Und dass es irgendwie diesen Moment braucht, der das Ding zum Kippen bringt, wie dann halt eben beispielsweise der Elfmeterpfiff. Bin ich gar nicht, also ich meine, der Kipppunkt ist so ein schönes neues Wort im Kontext, aber der ist schon, der ist mit der Einwechslung. Der Doppelwechsel, so war es für mich oben, so habe es ich nachvollzogen, dadurch, das hatte mehrere Effekte. Einmal die defensiv anfällige rechte Seite, Leveling, Stenzel quasi geht geschlossen vom Feld. Die zwei, die kommen, bringen zusätzlich eine Systemumstellung mit. Danach war eine Dreierkette, dann so eine Art Container, so eine Box davor mit zwei Sechsernern, zwei Achterzehnern und dann eben drei in der ersten Offensivreihe. Und damit konnte Wolfsburg nichts mehr anfangen. Also die konnten das nicht mehr gut aufnehmen, bespielen, verteidigen, nennen es wie du es willst. Und dann kommt der Elfmeter, der dann wirklich dann endgültig auch die Leute anzündet. Also Nico, du hast es gerade eben schon selbst gesagt, du saßt da oben und dann guckst du dich in diesem Stadion um, da war plötzlich richtig Druck da. Und auch die Wolfsburger haben das nachher tatsächlich auch gesagt in der Pressekonferenz oder in der Mixed Zone, die Spieler. Gehst du mit? Habe ich das richtig definiert oder war es vielleicht was völlig anderes? Ich sehe die ganze zweite Halbzeit so, also du kommst direkt aus der Kabine raus und du fängst sofort einen Druck aufzubauen. Es gab diesen Schuss von Ito, der haarscharf am Winkel vorbeigeht. Das ist vor der Einwechslung, vor der Umstellung. Es gab aber auch eine Konterchance Wolfsburg, die Nübel hält. Wenn da 0-2 fällt, dann wissen wir, wie blöd Spiele laufen können. Und trotzdem blieb es dann dabei. Und du hast dann schon recht, dass ein wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt in dem Spiel ist aus meiner Sicht die Einwechslung, die Umstellung, auf die Wolfsburg keinerlei Reaktion zeigen konnte. Sie wurden völlig auf den falschen Fuß erwischt und ab dem Moment eigentlich auch komplett überrannt. Aber es geht ja nicht nur um die Kabinettstückchen, die du dann siehst von der Mannschaft oder das schnelle One-Touch-Spiel, sondern du siehst trotzdem auch weiterhin so die Disziplin, die drin ist. Also das Bewusstsein für die Basisarbeit, für das Gegenpressing, für das Zurücklaufen, hinten keinerlei Raum lassen. Der Thierry Thomas hatte ja schon seine Möglichkeiten. Er hatte sie ab dem Moment dann einfach nicht mehr. Erstens kam der Ball nicht mehr hin und wenn er dann doch dahin kam, dann war Anton schon da, so ein Stück weit. Und der Kollege Wind, der ja auch ganz gut sein soll, der war ein laues Lüftchen an diesem Tag. Und das hat was mit der Mannschaft zu tun, die gut Fußball spielt, die aber auch weiß, was ihre Aufgaben sind, auf allen Positionen. Und das ist das Beeindruckende im Gesamtkontext, was man, glaube ich, da dann in dem Spiel gesehen hat. Genauso habe ich es ja auch drin stehen. Und vor allem habe ich dann hier auf unserem klugen Zettel, Philipp, stehen die beeindruckende letzte halbe Stunde. Also ich empfehle auch jedem, der die Möglichkeit hat, sich das nochmal im Real Life oder so anzuschauen. Das war brutal, also im positiven Sinne, weil ich glaube, Wolfsburg hatte nach dem 1-1 noch einen Freistoß von Arnold, wo aber Alex Nübel wahrscheinlich auch dran gewesen wäre, wenn er aufs Tor geht. Der da rechts oben. Ja, und dann kam aber von Wolfsburg nichts mehr. Und ich habe das dann gesehen und mein Eindruck war sofort, die haben keine Luft zum Atmen mehr. Also die haben ja keine, die haben keine Passchafetten mehr hinbekommen. Da waren sofort, da wurde gepresst, da gab es keine Räume mehr. Und witzig oder interessant an der Stelle ist, dass halt auch Sebastian Hoeneß nach dem Spiel genau diesen Begriff auch in seinen Aussagen vorwenden hat. Da haben wir gesagt, die Wolfsburger hatten keine Luft mehr zum Atmen. Nicht nur er, sie haben es auch gesagt. Und das finde ich, wenn man sich das noch anschaut, auch was da an Kraft noch drin ist, auch was da an Akku drin ist, finde ich, dass du bis zum Schluss, bis in eine siebenminütige Nachspielzeit auch das weiterhin konsequent durchziehst. Auch wenn du mit zwei Toren führst, Räume zu laufen, dem Gegner einfach komplett zu zeigen, für euch ist hier Game Over. Aber das finde ich eigentlich das Beeindruckendste an dem Spiel. Nico, wir reden ja hier im Wesentlichen eigentlich über In-Game-Coaching. Also über eine Maßnahme, die ein Trainer vorgenommen hat und auf die der andere keine Antwort hatte. Was glaubst du, warum nicht? Ich meine, Nico Kovac ist jetzt auch keiner, der auf der Brennzup-Hergschwimmen kommt, wie man hier so schön sagt. Das stimmt, das stimmt wohl, ja. Also ich nehme jetzt mal die Perspektive von Sebastian Hoeneß. Also du bist natürlich dankbar als Trainer, wenn du solche Spieler draußen auf der Bank hast. Wenn du einen Silas bringen kannst, wenn du einen Undaf bringen kannst, der natürlich auch sofort eine Präsenz ausstrahlt, die ein Stück weit zwei Gegner in Furcht und Schrecken ein bisschen versetzt. Und deswegen bist du als Trainer dankbar und damit kannst du natürlich auch solche Umstellungen dir schön vorbereiten. So, ich kann mich jetzt nicht in Kovac richtig hineinversetzen, weil ich seinen Kader nicht explizit kenne. Ich habe schon draußen gedacht, er muss in irgendeiner Form darauf reagieren. Und er hat dann einen Dreifachwechsel durchgeführt, wobei du hast auf den Dreifachwechsel eigentlich keine Reaktion im Spiel in dem Moment gesehen. Das ist im Thema In-Game-Coaching. Ich kann die Ursachen, wie gesagt, nicht genau beleuchten, weil ich mich zu wenig in Wolfsburg auskenne und lieber gerade den VfB angucke. Deswegen geht die Frage einfach weiter. Vollkommen legitim. Ich fand es halt auffällig, weil klar, es gehören einfach immer zwei dazu. Und die Reaktion blieb komplett aus. Die hätten ja auch versucht, noch irgendwas tun zu können, aber das ist einfach nicht passiert. Und man kann sagen, ja, klasse, das VfB hat dafür gesorgt. Aber dass halt gar nichts kommt, hätte ich mir von der Mannschaft nicht erwartet, wo wir im Vorfeld ja gesagt haben, Standardbestimmung, Wolfsburg, wenn es für mich eine Konklusion gibt nach der Nummer jetzt, mir kann jetzt keiner mehr mit diesem Take kommen, Spielplan Glück. Der VfB hätte Spielplan Glück, weil das mag davor vielleicht so gewesen sein in Ansätzen. Aber wenn du so einen Gegner, der Frankfurt davor 2 zu 0 geschlagen hat, nur den zu Hause so, ich will nicht sagen herspielst, aber du spiel, klar gewinnst, deutlich gewinnst, dann hat das einfach eine Aussage. Und die Aussage ist, für mich zumindest, da ist jede Menge Qualität da. Und es ist nicht nur der Spielplan gewesen der VfB auf diese Position, die er gerade inne hat, gehievt hat. Und dazu, was einfach auch kein Zufall ist, die Heimbilanz der vergangenen Spiele, saisonübergreifend, wir hatten das schon mal, also das einzige Heimspiel unter Hoeneß, das verloren ging, war das Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt. So, in der Liga komplett durchgezogen. Jetzt vier Spiele, vier Siege. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass halt, das kann Nico uns bestimmt auch bestätigen, da drin war am Samstag, dass dieser Kessel, der macht auch was. Also das ist offenbar auch was, was mittlerweile die Gegner, die hierher kommen, durchaus einschüchtert. Man hört das ja auch von extern, man hört das von dem Markus Babbel oder von Armin Fee oder sonst wie, die sagen, ich bin schon länger nicht mehr in diesem Stadion gewesen. Aber jetzt, mittlerweile ist da eine Wucht, die dieses Stadion entwickeln kann. Wenn du da einmal verschluckt wirst von diesem Stadion als Gastmannschaft, ich glaube, dann siehst du nicht gut aus. Und das war am Samstag auch so, oder? Du kennst es ja auch, du standst ja auch schon bei Heimspielen der Profis an der Seitenlinie. Natürlich, also für mich war das damals auch was Besonderes. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich an der Linie stehe, dann kriege ich von dieser Wucht gar nicht so viel mit, weil ich dann total in diesem Spiel drin bin. Du kriegst es davor und danach mit im Positiven wie im Negativen. Aber im Spiel bist du im Spiel. Also deswegen, andere haben, glaube ich, auch gute Stadien. Also jetzt das nur auf den Zuschauern in die Schuhe zu schieben, dass es gerade zu Hause gut läuft, ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also die Mannschaft macht das schon sehr, sehr gut und das ganze Team drumherum auch. Und der Kader stellt wirklich was gut dar. Und auch im Vergleich zu letzter Saison, es ist natürlich eine enorme Hilfe, wenn du dich hinten auf einen Torhüter verlassen kannst. Wenn du dieses Gefühl hast, da ist ein Souverän hinten im Tor drin. Und wenn du vorne einen hast, der einfach eine sehr, sehr hohe Effektivität hat, der aus wenig Torchancen Tore schießt, aber auch spielfähig ist, also mit dem du jederzeit anspielen kannst, der dir jederzeit hilft. Und das macht eine Mannschaft stark, die einfach gute Fußballer hat. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen mit diesen zwei Ankern ist enorm wichtig momentan. Ach ja, der Kerl, der vorne so effektiv ist. Über den sprechen wir auch gleich. Zuerst hören wir uns aber an, was unser Felix datenmäßig aus diesem Spiel rausholen konnte. Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt es die Zahlen zum Spiel. Dieser Einspieler wird geprägt sein von Superlativen. Zuerst kurz zum 3-1-Heimsieg des VfB gegen Wolfsburg. Die Expected Goals spiegeln das recht genau wieder. 2,56 zu 0,99. Dazu kommen 12% mehr Ballbesitz und 188 mehr gespielte Pässe. Topwerte auf dem Platz hatten Stiller mit 11,7 Kilometern und Karasor mit 12 gewonnenen Zweikämpfen. Es sind nun zum ersten Mal in der Vereinshistorie 5 Sieger am Stück mit mindestens 2 Toren Abstand. 18 Punkte nach sieben Spieltagen ist der beste Bundesliga-Saisonstart des VfB Stuttgart aller Zeiten. Hier auch mal wieder der Vergleich zur letzten Saison. In der gesamten Hinrunde sammelte der VfB 16 Punkte und in der gesamten Rückrunde 17 Punkte. Diese Marken wurden also nun schon nach sieben Spieltagen überboten. Die 18 Punkte überschritten die Schwaben in der vergangenen Saison an Spieltag 21. Und auch im größeren Bundesliga-Vergleich sind die 18 Punkte eine ordentliche Marke. Es ist der 17. beste Saisonstart aller Zeiten nach sieben Spieltagen. Der VfB hat aktuell die beste Chancenverwertung der Liga. 51,2% sind drin, 8% mehr als beim Zweitplatzierten. Sebastian Hoeneß bleibt damit mit dem VfB seit seiner Anstellung auf Champions League-Kurs. 15 Spiele, 31 Punkte, Platz 4. Ein elementarer Faktor ist und bleibt Seru Girassi. Mit 15 Minuten erzielte er den zweitschnellsten lupenreinen Hedtrick in der VfB-Geschichte. Insgesamt erst der fünfte bei den Stuttgartern und der erste seit Kakao im Jahr 2010. Ein Hedtrick wird übrigens dann lupenrein, wenn die drei aufeinanderfolgenden Tore erzielt werden, ohne dass ein anderer Spieler dazwischen trifft. Die 13 Tore in sieben Spielen sind ein neuer Bundesliga-Rekord. Auch nach acht Spielen hat das noch keiner geschafft. Noch stehen zehn Hinrundenspiele aus, aber die 13 Tore sind auch jetzt schon der Top-Wert für einen VfB-Profi in einer gesamten Hinrunde. Die bisherigen Torschützenkönige der Schwaben in der Bundesliga waren Klinsmann, Walter und Bobic mit 19, 22 und 17 Toren. Den besten Wert, ohne aber die Kanone zu gewinnen, lieferte Mario Gomez in der Saison 2008-2009 mit 24 Toren ab. Zum Schluss wird es nochmal groß. Mit den 13 Toren hat Girassi mindestens so viele Treffer erzielt, wie ganze 63 der 95 Teams aus den Top-5-Ligen. In der Bundesliga trafen nur Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig öfter als der Einzelspieler Seru Girassi. Vielen Dank, Felix. Tja, Seru Girassi. Also drei Tore wieder am Samstag, 13, jetzt nach sieben Spielen. Hier ist, was ich zu Seru Girassi zu sagen habe. Ihr hört, ich bin sprachlos. Aber ich bin langsam ohne Wortsinn. Mir fällt nicht mehr viel ein. Wie geht's euch? Ich lasse dem Trainer den Vortritt. Also ich kann berichten, als wir den Seru Girassi verpflichtet haben aus Frankreich. Ich habe meinen bester Freund lebt in Rennes und der hat sich gewundert. Die waren nicht so wahnsinnig begeistert. Und er ist dort regelmäßig im Stadion und der hatte damals gesagt, oh, seid ihr euch sicher, so richtig gut finden sie ihn nicht. Ich habe das dann einfach mal so mitgenommen. Aber dann war, glaube ich, sein erstes Spiel hier Bayern München oder in der Richtung. Da habe ich ihn dann zum ersten Mal richtig live gesehen. Da fand ich ihn dann schon zum ersten Mal so wirklich gut im VfB-Trikot. Und wenn man ihn natürlich jetzt sieht, ja, das Wort Lebensversicherung ist falsch. Aber er ist ein sehr wichtiger Spieler und er macht auch seine Spieler drumherum besser. Also es ist nicht nur seine Torquote, es ist einfach seine permanente Anspielbarkeit. Auch dieses Zurückfallen ins Mittelfeld, den anderen zu helfen, durch Überzahl zu schaffen, aber auch mal hohe Bälle, die es eben auch mal gibt in einem Spiel, so zu verarbeiten, dass danach weitergespielt werden kann. Das ist eine enorme Hilfe. Und ich finde ihn einfach fleißig von der ersten bis zur letzten Minute im Anlaufen. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Er erfüllt die konsequent. Er nimmt sich nie die Auszeit, auch wenn er davor mal mehrere Sprints oder Aktionen hatte. Er ist dort immer Teil des gesamten Gebildes. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das möchte ich unterstreichen, weil das etwas ist, was man eher gerne übersieht, wenn man einfach nur die Torquote sieht. Absolut, ja. Die ist natürlich überragend. Das ist der Überperform. Der hat einen XG-Wert von 7,2, macht daraus seine 13 Buden. Also er ist deutlich besser unterwegs als das, was er eigentlich erzielen müsste, diese Berechnung zufolge. Aber, ja, knackt ein Rekord nach dem anderen. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig, ist das, was Nico gerade gesagt hat. Anlaufverhalten, Defensivverhalten. Letzte Woche habe ich es, glaube ich, gesagt, ich kann mich an keinen Stürmer erinnern, der so oft im letzten Drittel auftaucht. Also in seinem letzten Drittel, in der Mannschaft, in der er spielt, zurückkommt, da Aufgaben übernimmt, die er nicht machen müsste. Er könnte auch sagen, ich stelle mich da vorne hin, mache hier einen Pipo, in Sagi für Arme, warte an der 16er Kante und warte, bis immer die Bälle in die Gasse spielt. Na, mal gucken, ja. Und das macht er halt nicht. Ist übrigens, mir hat am Sonntag nochmal so einer aufgefallen, der das früher gerne gemacht hat. Nico kennt ihn gut. Thomas Castanaras, kommen wir aber nachher noch dazu. Der macht das plötzlich auch nicht mehr. Da ist irgendwas passiert, ja. Definitiv. Und ich finde, man sieht es auch an den Situationen, die nicht funktionieren. Finde ich, siehst du auch den Spirit, den Seru gerassiert. Ein Beispiel. Erste Hälfte, das Abseits-Tor. Er haut das Ding rein, wie so oft. Zählt natürlich nicht. Gibt aber sofort die Anweisung, weil er erkannt hat, der Pass kam einen Tick zu spät. Und gibt sofort die Anweisung nach hinten. Halbe Sekunde früher, ja. Passt da auf. Er erkennt Situationen blitzschnell. Auch Situationen, die möglicherweise gar nicht direkt mit ihm zu tun haben, sondern nur indirekt. Beim Dritten achtet man drauf. Balleroberung. Und Undaf, meine ich, hat den Ball. Und schaut. Und Gerasi zeigt sofort, da drüben auf Silas. Spiel ihm den Ball. Ich stehe im Abseits gerade. Ich stehe ungünstig. Spiel den Ball da rechts raus auf Silas. So geschehen. Der Rest ist Geschichte. Wobei auch dieses dritte Tor, möchte ich auch gerne nochmal eine Silbe dazu verschwenden, Philipp. Das ist halt, wenn du in so einem Flow bist, einfach Wahnsinn. Ich sage dir, neun von zehn Stürmern. Bolzen in der Situation von Seru Gerasi mit dem ersten Kontakt drauf. Und der Ball wird von irgendeinem Wolfsburger Bein geblockt. Und er nimmt den Ball, guckt nochmal, täuscht nochmal an, täuscht nochmal an. Und er kennt genau diesen Korridor, wo er das Ding reinschiebt. Und das ist halt was, wenn es läuft, dann läuft es. Die schönste Szene an dem Tor ist der Hopser für Milo. Weil er einfach denkt, das kommt jetzt nicht. Das kommt einfach nicht. Richtig. Oder auch, also was mir bei dem Tor auch noch gefallen hat, ist, das war schon in Köln so. Da hat Unavina reingemacht. Aber Silas hat überhaupt keine Ambition, den Ball abzuspielen. Überhaupt gar keine. Und das sagt natürlich der Trainer, Nico wird das wahrscheinlich bestätigen, die Grünen sagen, spiel doch die Pille darüber. Weil der steht einfach blank, muss nur noch abdrücken. Andererseits willst du ja immer, dass deine Angreifer ein gewisses Maß an Egoismus an den Tag legen, wenn sie solche Möglichkeiten sich erarbeiten. Und ich glaube, unterm Strich bleibt, was Nico Vauer schon gesagt hat, ist es einfach gut, wenn du so einen von der Bank gerade bringen kannst. Der da mit unfassbarer Wucht dann einfach doch nochmal kommt. Und wenn du 70. Minute in der Bundesliga reinkommst oder 60. Dann ist einfach derjenige, gegen den du spielst, der hat schon 60, 70 in den Beinen. Und wenn dann so eine Rakete wie eben Silas gegen dich spielt, dann wird es schwierig. Was sagt denn dein Kumpel in Renn jetzt? Ja, der hat sich direkt nach dem Spiel natürlich gemeldet und gesagt, das ist sensationell, was da abläuft. Und natürlich haben wir in der Zwischenzeit öfters Kontakt gehabt. Und er ist eingefleischter VfB-Fan. Von dem her freut er sich mindestens genauso stark wie ich. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube übrigens auch, dass der Ruggera Sie mittlerweile ein bisschen VfB-Fan ist, wenn man ihm so ein bisschen zuhört, was er sagt, was da an Liebe hin und her gegeben wird. Na klar, darüber müssen wir gar nicht reden, wird irgendwann das Geschäft, das Seinige tun. Und da werden Transfergerüchte aufploppen, da wird es dann Diskussionen geben. Aber für den Moment, und das ist auch etwas, was mich tatsächlich bewegt hat, waren diese Bilder dann auch mit ihm, mit seiner Familie, nach dem Spiel. Dieses pure Glück, das er hatte und das auch einfach ausstrahlt auf alle, die es mit dem VfB halten, die da am Samstag einfach glücklich nach Hause gegangen sind. Oder vielleicht noch auf dem Vasen. Weiß ich nicht, ob das so oft der Fall war. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns noch oft und lang genug darüber unterhalten, wenn das Geschäft dann seine Wirksamkeit sozusagen erzielt. Deswegen lassen wir es heute, gehen in die Werbung und dann widmen wir uns mal ein bisschen mehr als bisher unserem Gast, der hier neben uns sitzt. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Nico, unsere berühmte Einstiegsfrage für unsere Gäste lautet Wer bist du und wenn ja, wie viele? Aber wir brechen das natürlich kurz, denn viele unserer Hörer kennen dich. Wir wissen natürlich auch, dass wir auch durch unser NLZ-Newsflash, was wir immer haben, auch einen Blick auf die Nachwuchsteams werfen. Aber trotzdem vielleicht auch für diejenigen, die sich nicht so intensiv damit befassen können. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie ist dein Werdegang gewesen von Balingen über Kickers zum VfB? Wie fühlst du dich mittlerweile hier und was sind deine Hauptaufgaben? Ja, also der Werdegang ist Amateurfußballer in Balingen, parallel Sportwissenschaft studiert und sehr früh im Sportwissenschaftsstudium gemerkt, dass es mir zu theoretisch ist und dadurch mit 22 Jahren ein E-Jugendtrainer geworden. Wir haben einen kurzen Haufen von 25 Kindern organisieren müssen, die wahnsinnig Spaß am Fußball hatten. Und das war so auch ein bisschen ein entscheidender Punkt für mich, dass ich überhaupt Trainer geworden bin, weil die sind mir auf der Nase rumgetanzt und ich musste Training so organisieren, dass sie mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und tatsächlich ist es schon so ein Punkt und da habe ich dann auch Feuer gefangen zum ersten Mal. Also das heißt so, als Amateurfußballer davor, Jugendtraining zu machen, danach noch abends zu kicken, tagsüber Sport zu studieren, das ist so mein Werdegang. Und irgendwann mündete das in eine hauptamtliche Stelle bei der TSG, die mir dann einen hauptamtlichen Jugendkoordinatorjob angeboten hat, wo ich dann einfach den Verein, die Jugendarbeit strukturieren, aufbauen sollte. Habe noch immer nebenher gekickt, habe A-Jugend trainiert und so ging aber eigentlich die Schiene Fußball los, die sich dann ein Stück weit verselbstständigt hat, bis ich dann irgendwann hier gelandet bin. Davor war ich ein halbes Jahr bei den Stuttgarter Kickers, kam dann aber hier durch den Trainerwechsel mit Kramny, wo der die Profis übernommen hat, dann wurde hier eine Stelle frei. Es gab davor schon den Kontakt hierher, dadurch gab es dann auch Platz für mich. Und so bin ich hier ein Stück weit gelandet, nachdem ich den Fußballlehrer abgeschlossen hatte. Bin jetzt, glaube ich, ich komme jetzt ins achte Jahr oder bin im achten Jahr. Im Januar habe ich gestartet, genau, im Januar sind es acht Jahre. Also habe tatsächlich auch schon viel erlebt, zwei Abstiege. In dem einen war ich ja dann auch mitbeteiligt. Am Ende ist es, wie gesagt, Berg- und Talfahrt in diesem Klub, aber natürlich auch total reizvoll, hier in der Region zu leben, diese Begeisterung in den guten Tagen und natürlich auch die Trauer in den schlechten Tagen live vor Ort zu haben und ganz nah auch dran zu sein, Anteil selber zu haben natürlich an dem ganzen Konstrukt. Also was es heißt, Spieler einfach nochmal ein paar Schritte voranzubringen, näher an den Profibereich ran, das ist schon so die spannende Konstellation oder das spannende Feld, in dem ich mich jetzt in den letzten acht Jahren hier bewege. Und du hast gerade angesprochen, die Kinder, die dir auf der Nase rumgetanzt sind. Wolltest du gerade sagen, wie sehr tanzt du deine U19 gerade auf der Nase rum? Genau, also das wird tatsächlich die Anschlussfrage, beziehungsweise anders gefragt. Wie wichtig ist dann in dem Bereich auch gerade, in dem du arbeitest, auch so der pädagogische Aspekt? Also es geht ja auch darum, dass du ja, das eine ist das Spieltaktische, der Fußball, das was auf dem Rasen passiert, aber das andere ist ja sicher auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung oder Beobachtung, wie die Jungs reagieren. Dann ist das dann was, was du auch auf deinem Weg mitgenommen hast, dass du dann gesagt hast, ich muss da auch gucken, gerade in diesem Juniorenbereich, dass ich da ein bisschen pädagogisch dann auch so versätzt bin. Oder ist das Teil von Ausbildung, Fußballlehrerausbildung oder also im Sportwissenschaftstudium ist, glaube ich, Pädagogik nicht ganz so priorisiert. Also natürlich, aber am Ende dreht sich das Sportwissenschaftstudium natürlich wirklich um die Sportwissenschaft zu großen Teilen, weniger um die Pädagogik. Genauso in den Trainerlehrgängen, die auch komprimiert sind, gibt es Unterrichtseinheiten dafür, aber das sind jetzt sicherlich nicht die Highlights, die dir als Trainer hängenbleiben. Es ist vielleicht schon ein bisschen mein Background. Meine Mutter ist Lehrerin, also Pädagogin ein Stück weit, mein Vater Psychologe. Also am Ende bin ich da schon ein bisschen gebranntmarkt, so im Gesamten in meinem Leben, dass es in diese Richtung ein bisschen auch gehen kann, dass ich da schon auch ein bisschen weiß oder glaube zu wissen, wie man mit jungen Leuten umgehen muss. Und das ist eigentlich auch das Interessante an dem U19-Bereich. Du arbeitest direkt am Spieler. Also wenn du mit einem U15-Spieler arbeitest, dann ist natürlich viel Eltern noch beteiligt, viel Umfeld. Jetzt sind das eigentlich junge Erwachsene und zu den jungen Erwachsenen pflegst du eigentlich einen Direktkontakt. Und sie sind auch so reif, dass sie schon mit dem Feedback, mit dem positiven wie auch kritischen Feedback natürlich auch umgehen können. Und das ist so die Begleitung, die du hast. Das ist ein schwieriger Prozess U19, weil es ist eigentlich zum ersten Mal, gehen zwei gute Jahrgänge zusammen. Also ich sage, bist du U17, ist es eigentlich, naja, kommst du als Talent, bist du eigentlich immer Stammspieler. In U19 kannst du ein Talent sein, du sitzt aber vielleicht auf der Bank, weil es ist mehr als nur das Talent zu sein. Das hat schon auch eine gewisse Mentalität, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, die du dir erlangen musst. Und das ist dann schon auch meine Aufgabe, ein Stück weit die Jungs das erleben zu lassen, also auch die harten Seiten ein Stück weit das zu erleben, erleben zu lassen, aber ihnen auch natürlich auch Wege aufzuzeigen und Hilfestellung zu geben, diese Zeiten zu durchstehen und gewisse Prozesse da anzustoßen, um, sage ich mal, damit auch fit zu werden für einen Profibereich, wo du dich eben durchsetzen, wo du dich eben behaupten musst, wo du dann tagtäglich im Training so trainieren musst, dass du dem Trainer einfach auffällst und nicht nur sagen kannst, ja, ich bin im Wochenende ein Performer und ich habe da meine Quote unter der Woche. Bewege ich mich nicht, das Ganze dann mit 30 machen, aber eben noch nicht. Also wie bei mir im Tischtennis normalerweise. Aber eben nicht in dem jungen Alter und das ist dann schon auch meine Aufgabenstellung, wenn du über Persönlichkeitsentwicklung sprichst, in diese Themen da reinzugehen. Sie befinden sich in einem Flaschenhals drin und sie wollen nach oben durch diesen Flaschenhals raus, aber er ist eng. Und das spüren sie und das sind nicht immer nur tolle Erlebnisse, auch mit mir nicht natürlich. Glaubst du, dass deine Jungs da weiter sind als der klassische 19-Jährige, der nicht im Leistungssport unterwegs ist, was diese Themen angeht? Also, sage ich mal, der reife, seriöse Umgang mit eben solchen Feedbacks? Ich glaube ja, weil sie sind hier, weil sie alle einen Traum haben, ganz klar. Aber es gibt reifere Spieler und auch weniger reife Spieler, wie immer. Und trotzdem, sie haben eine wahnsinnige Tagesstruktur. Also ihr Tag ist durchgetaktet, ihr Wochenende liegt nie brach. Sie wissen genau, abends auf Gasse gehen geht nicht, wenn nächster Tag das Spiel ist. Also sie haben ganz klare Korridore, wo sie wissen, was sie wann, wie zu tun haben. Natürlich wird ihnen auch viel vorgekaut, ein Stück weit, aber sie wissen auch, jetzt sind sie in einem Leistungssystem drin und sie müssen Leistungen erbringen. Sie kommen nicht drumherum und sie können nicht nur chillen. Sie müssen auch Phasen haben, wo sie chillen. Deswegen ist mir zum Beispiel ein freier Sonntag, was sehr, sehr wichtig ist für diese Spieler, dass sie einfach mal auch in ihre Familien kommen und in ihrem normalen Umfeld sind. Aber unter der Woche ist ihr Tagesablauf schon getaktet, sodass sie über die Jahre hinweg auf jeden Fall wesentlich strukturierter und wesentlich reifer sind, als es in der Regel Gleichaltrige sind. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen, sage ich mal, also bei dir im Kader Jungs, die zu Hause wohnen oder Jungs, die in der Akademie wohnen, wenn ich mir zum Beispiel in Raleigh St. John vornehme jetzt, der aus Australien hier rüberkommt, der, also das nehme ich jetzt in meiner Leihenmeinung, einfach nehme ich mir das heraus, anzunehmen, dass der noch ein Tegreifer ist als vielleicht eine klassische 19-Jährige, der hier, keine Ahnung, in Böblingen zu Hause wohnt, bei Mama und Papa, oder? So weit weg von zu Hause? Definitiv, das ist sicherlich, es gibt auch diese Fälle der Frühreife ein Stück, weil du sagst, boah, Wahnsinn, wie der schon im Leben steht und wie der, Beispiel Raleigh, wie der sich einfach selber organisiert, also selber sich eine Wohnung sucht, selber sich hier bei der Stadt anmeldet, das macht der alles kurz mal ganz alleine auf einem anderen Kontinent, ganz weit weg von zu Hause. Aber ja, es gibt auch die Spieler, die zu Hause sind, die dann dadurch auch nicht nur in ihrer Blase Fußball sich befinden, sondern auch mitkriegen, wenn die kleine Schwester in der Schule Probleme hat oder wenn es andere Themen in der Familie gibt, während wiederum die Akademiespieler natürlich schon sehr stark in einer Blase drin sind, wo sie nur unter sich sind und sehr umsorgt werden. Also es gibt ja schon unterschiedliche Stufen, heißt aber nicht, dass das unterschiedliche Stufen der Persönlichkeitsentwicklung sind, es tritt schon auch alles auf, egal ob zu Hause, ganz weit weg von zu Hause oder eben in der Akademie, aber das sind so die drei unterschiedlichen Richtungen. Wie ist denn für die Jungs so im Großen das Leben in der Akademie? Also gibt es wirklich auch möglicherweise Probleme, dass dann Spieler mal gibt, die sagen oder die für sich merken, das ist gerade nicht meins oder ich fühle mich gerade irgendwie unwohl oder ich brauche vielleicht doch ein bisschen mehr Freiheiten. Habt ihr da ein offenes Ohr? Sprecht ihr da miteinander? Oder ist das einfach so, dass man sagt, Stichwort Leistungsprinzip, wer hier ist, ist hier in diesem System, ist hier in diesem Flaschenhals und muss gucken, dass er Leistung bringt und wenn nicht, fällst du halt hinten raus? Ja gut, wir können ja nicht nur Spieler in die Akademie nehmen und sie nur als Fußballer sehen. Also wir müssen sie auch als Menschen sehen. Also wenn sie gewisse Probleme bekommen als Mensch, dann wird der Fußballer auch nicht funktionieren und dann ist es keine Win-Win-Situation, sondern ein Lose-Lose für alle Seiten. Also entsprechend müssen wir da schon auch auf sie eingehen. Es gibt Dinge wie Heimweh, es gibt aber auch andere Modelle. Es gibt also auch Spieler vereinzelt, die sind zum Beispiel in Gastfamilien. Also deswegen, es gibt da schon verschiedene Wege und es gibt Pädagogen bei uns im Verein, es gibt Pädagogen in der Akademie, die da festangestellt sind, die sich genau um diese Themen dann auch kümmern, dass die Jungs da so ankommen und dass es für sie dann auch ein Stück weit passend ist, dass sie sich wohlfühlen, um dann dem Ziel Leistung und Fußball nachkommen zu können. Du bist jetzt seit acht Jahren hier, seit vier ungefähr, vielleicht dreieinhalb gibt es dieses Thema Potenzialtraining, dass man quasi versucht, spielerzentrierter zu arbeiten, dass man den einzelnen Talenten bis zu 50 Prozent ihrer Trainingszeit, die sie verfügbar haben, pro Tag individuell angedeihen lässt. Also versucht, da einfach gezielter anzusetzen. Inwieweit hat sich das bisher auf die Jungs ausgewirkt, die du Jahr für Jahr zur Verfügung hast oder Jahrgang für Jahrgang? Ist da ein klarer Effekt zu bemerken? Hat sich die Spitze verändert? Ist sie breiter geworden? Ist die Breite insgesamt qualitativ besser geworden? Was bemerkt man da für Effekte? Also grundsätzlich zum Potenzialtraining ist es natürlich jetzt trotzdem nicht die Neuerfindung des Fußballs. Es ist ein Stück weit, es gab das vor 20 Jahren auch schon, wir hatten jetzt vor zwei Tagen hier eine Fortbildung vom Bund Deutscher Fußballlehrer, da sagen die alten Trainer, ja, das haben wir ja früher auch gemacht. Ja, aber sie haben es halt vor der Mannschaftstraining gemacht oder noch hintendran. Und unser Vorteil ist, dass wir das eben vormittags um elf Uhr zur besten Trainingszeit machen können als einzelne Trainingseinheit mit einer großen Manpower. Bei mir sind es zum Beispiel drei Trainer, die dann mit auf dem Platz stehen. Das sind die Vorteile draus. Es ist auch eine Form von Positionsgruppentraining. Du sagst, das gibt es bei uns seit drei Jahren, so benannt als Potenzialtraining. Ich sage mal, die Jahre davor haben wir es halt Positionstraining genannt. Also deswegen, es ist nichts Neuartiges und trotzdem liegt ein anderer Fokus und auch ein anderer Anteil von uns drauf, so wie du es formuliert hast. Und es führt schon dazu, dass wir dadurch wesentlich mehr an den kleinen Rädchen der Spieler versuchen zu drehen. Also ein Stück weit stärken Schwächentraining, aus Stärke eine Waffe zu entwickeln, aber auch Schwächen zu minimieren, die vielleicht für oben dann leistungshindernd sind. Oder auch ein paar Basics regelmäßig zu trainieren. Also das Kopfballspiel ist einfach zum Beispiel ein Thema, das gibt es in der U15, U16, U17 enorm wenig, weil da einfach kaum Bälle durch die Luft oben fliegen. Aber wenn du Profifußball anguckst, muss der halt köpfen können. Und deswegen sind es dann auch Themen und Zeitfenster, wo ich wie genau für solche Sachen dann habe. Und das über die Jahre hinweg führt es zu einer Verbesserung der Spieler. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir momentan in der Breite eine Verbesserung glaube ich haben bei den Spielern. Für die Spitze ist es glaube ich noch nicht ausschlaggebend drei Jahre. Also ich glaube, wenn du das dann mal fünf, sechs Jahre hast, dann wirst du auch eine richtige Spitze daraus entwickeln können. Aber für die Spitze ist das Potenzialtraining jetzt als eigenes Thema, wenn du das aufgemacht hast, jetzt noch nicht alles entscheidend. Aber mittelfristig, hoffentlich wird es das. Was heißt mittelfristig? Also was würdest du sagen, nach wie vielen Jahren kann man so einen Effekt möglicherweise sehen? Die Leute sind ungeduldig. Ja genau, genau. Das ist ja, also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt der eine oder andere fragt sich, okay wann denn? Wie lange dauert das? Drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre? Also gibt es auch möglicherweise so Zeitabschnitte, in denen du denkst, in denen du sagst, das ist so ein bisschen der Raum, in dem ein Spieler sich entwickeln sollte oder ein System sich irgendwie entwickelt? Jetzt als Beispiel, wenn wir von drei Jahren sprechen, der jetzige U21-Spieler hat dann im A-Jugend-Bereich damit angefangen. Wenn jetzt der U15-Spieler damit anfängt und das dann drei Jahre macht, dann kommt er zu mir zu U19. Dann sind drei Jahre schon andere drei Jahre. Wenn das bei mir dann auch mal zwei Jahre sind, dann sind wir bei fünf, bis er in die U21 oder zu den Profis in den Übergangsbereich eben kommt. Also deswegen, ich finde so drei bis fünf Jahre, das ist schon so der Punkt, wenn du das dann hast, dass du da diese Umfänge, diese Wiederholungen dann auch wirklich konsequent da durchkriegst, dann muss man was sehen. Ansonsten machen wir ein Stück weit ja auch alles falsch, was wir dann trainieren. Andersrum, viele, die sich schon länger mit dem Jugendbereich auseinandersetzen, die sich das genau angucken, was an Talenten durch die Jahrgänge geht und so. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, inklusive mir selbst, die sagen schon, dass man einen Tick weit jetzt schon was sieht, weil eben, wenn ich vor drei Jahren mir angeschaut hätte, während der U19, U21 unterwegs ist und dann mal genau drauf schaue, okay, der oder diejenigen haben das Potenzial, wirklich nach oben zu kommen, wäre ich vielleicht auf vier oder fünf gekommen, wofür es dann vielleicht einer halbwegs geschafft hat, Ecklauf beispielsweise. Heute würde ich sagen, in U19 und U21 sind es 10 bis 13 Jungs, wo man sagen kann, wenn alles zusammen geht, gut funktioniert, Verletzungsleidbarkeit und so weiter, könnte es klappen. Das ist doch, aber genau das, wovon wir gerade sprechen, also eine gewisse Verbreiterung, oder? Und zurückzuführen auf diese Art, mit diesen Spielern umzugehen. Vorher hat man Thomas Castanaras angesprochen, vor zwei Jahren hätte, glaube ich, nicht jeder gesagt, dass der regelmäßig im Profikader auftaucht oder da bleiben darf, über längere Zeit, einfach weil er dazu zu eindimensional war in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das ist er jetzt nicht mehr. Das ist wirklich offen nachvollziehbar, für jeden nachvollziehbar, auch für jemanden, der keine Trainerausbildung hat. Und es ist doch klar, Ergebnis dieser Arbeit. Ich kann sagen, die Arbeit mit Thomas Castanaras war am Anfang wirklich Arbeit, auf allen Ebenen, auch im Thema Persönlichkeit. Und es gab auch enorme Konflikte und die muss man dann auch aushalten. Und da war dann halt Thomas wieder so, er wollte diesen Konflikt dann aushalten und hat dann irgendwann geschafft, so diesen Knoten oder auch diese letzte Prozente rauszukitzeln, um sein Spiel zu verändern. Und ich bin sehr froh, dass es dann nicht so geknallt hat, dass man sich trennen musste, sondern es in die Richtung gegangen ist, dass er dann ab dem Moment dann die Tornetze zerschossen hat. Aber nicht nur das, sondern auch viel, viel spielaktiver war und viel laufstärker war, als er es davor hatte. Also das sind so Dinge, ja, richtig. Wenn du sagst, wir haben jetzt mehr Breite, dann ist es ja trotzdem, am Ende ist es entscheidend, was wir oben rauskriegen aus dieser Breite. So, und wenn du nur einen hast und du kriegst ihn oben raus, hast du alles richtig gemacht. Wenn du zehn hast und du kriegst nur einen raus, dann ist es auch schon okay, aber wenn du keinen rauskriegst, dann bringt dir die Breite nichts. Also da kommen wir schon dann so an den nächsten Punkt, wo ich sage, das Entscheidende ist, dass wir was oben rauskriegen. Und erst dann trägt alles, was wir tun und die Tabellen, wie sie jetzt aussehen und alles schön und gut, aber erst dann sind Früchte. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, zwei Jahre her vielleicht, Spiel hier gesehen und 19 Spiel, Castanaris macht, glaube ich, eine Bude oder zwei und er macht drei Vorlagen. Und dann geht er vom Platz und du gehst zu ihm gegangen, hast ihm in den Arm genommen und hast ihm ein paar Sachen ins Ohr geführt. Und danach haben wir gesprochen und dann habe ich die gefragt, was hast du ihm gesagt? Hast du ihn gelobt für den Auftritt oder für die Tore? Er sagt ja, nee. Oder hast du gesagt, nee, ich habe ihn für die Vorlagen gelobt? Weil genau das der Punkt war, dass er eben lange Zeit nicht so hoch für sich priorisiert hatte, von wegen, ich muss gut aussehen, der Rest ist mir erst mal egal. Und dann war das ein erster kleiner Erfolg, so habe ich es damals wahrgenommen, korrigiere mich gerne, dass er jetzt eben dann doch ein bisschen mehr für die Mannschaft auch tut, als er es davor gemacht hat. Und was er, wie gesagt, jetzt gerade zu leisten imstande ist, ich habe es am Sonntag erst wieder live gesehen, das ist schon einfach ein anderer Spieler. Also ein kompletterer Spieler, weil er einfach Facetten jetzt auch in seinen Auftritten hat, die er einfach so davor nie hatte. Was ist denn mit deinem Kader aktuell? Wie, wenn du den vergleichst, in den letzten Jahrgang, die du hattest, ist er besser, ist er schlechter, ist er gleich? Ist es vielleicht ein Vorteil, so viele hochgelobte, diese zwei Fünfer-Generationen da jetzt zu haben oder ist es eher ein Nachteil, weil sich zu viel darauf fokussiert? Wie siehst du die Truppe, die dir zur Verfügung steht gerade? Also bis dato glaube ich, dass wir eine gute Saison bisher absolvieren, das ist die gesamte Vorbereitung, das sind auch jetzt viele Spiele, es ist nicht frei von Schwankungen, mit auch mal Misserfolgen, die aus welchen Gründen auch immer entstehen, was zum Sport dazugehört. Trotzdem glaube ich, ist die Mannschaft in sich sehr homogen. Es ist trotzdem so, dass die Top-Performer nicht so häufig sind, sondern sie eigentlich eher aus einer Homogenität eine gewisse Stärke entwickeln. Also ich gebe jetzt mal als Beispiel, die ganze zentrale Achse besteht aus jungen Jahrgängen aktuell, also Innenverteidiger, Sechser, Zehnerräume. Das ist alles junger Jahrgang, das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Das ist eigentlich auch nicht so geplant gewesen, aber dass das natürlich noch Schwankungen unterliegt, aber natürlich auch Potenzial hat, ist ja dann selbstverständlich. Das schlägt sich dann vielleicht nicht in der Tabelle nieder, dass du die Top-Mannschaft bist mit acht Punkten Vorsprung, aber das ist natürlich für das zweite A-Jugendjahr natürlich total interessant, dass diese Achse jetzt schon ein Stück weit steht und es teilweise auch Spieler sind, die letztes Jahr in der U17 weniger gespielt haben, die sich aber jetzt in diesem ersten U19-Jahr so in den Fokus gespielt haben, auch über das Tagesgeschäft, dass du einfach sagst, oh das ist ein Potenzial und dieses Potenzial wird ja dann durch die zunehmende Spielzeit und Verantwortung, die diese Spieler haben, sich weiterentwickeln. Und dann kann das ja auch in Bereiche führen, wo ich jetzt sage, es ist noch kein High-Performer, aber es kann vielleicht auch zu einem High-Performer werden, vielleicht zu einem Spätentwickler, den man im U17-Bereich vielleicht noch nicht so gesehen hat, weil die Entwicklung der Persönlichkeit, aber auch der körperlichen Voraussetzungen vielleicht noch nicht so war. Und das ist das Interessante, glaube ich, an diesem Jahrgang, dass wir da eine homogene Mischung haben und auch wirklich Spieler, die noch Potenzial haben in ihrer Entwicklung, das rausgekitzelt werden kann. Ihr, liebe Hörer, habt gerade ein Paradebeispiel dafür gehört, wie man Effe Korkut sagt, ohne Effe Korkut zu sagen, aber ich weiß, du hast nicht gern, wenn man Leute rausgreift, deswegen gehen wir nicht weiter darauf ein. Wie ist es denn mit der Zielsetzung, die man diesen jungen Menschen vorgibt? Also im Profifußball ist es so, das Thema Saisonziele zu definieren. Macht ihr das im Jugendbereich auch oder macht ihr das nicht, weil ihr eben sagt, wir haben eben jene Schwankungen, die du gerade angesprochen hast, beispielsweise. Wir haben aber auch einen Ausbildungsauftrag, der vielleicht schlussendlich höher priorisiert wird, als Ergebnisse oder Erfolge zu erzielen. Wie machst du das? Du musst ja irgendwo eine Mischung finden, diesen jungen Leuten dann auch zu sagen, also trotzdem irgendwie Ziele zu definieren, ist glaube ich schon wichtig, weil du kannst ja nicht ohne, gänzlich ohne Zielsetzungen so eine Aufgabe, so eine Saison angehen. Also ich definiere keine Ziele, was ich im nächsten Sommer bestreiten will. Natürlich kannst du mal eine Vision einwerfen und sagen, boah, da gibt es Spiele, die finden vorm TV statt und auf einmal kommen da mehr als diese 100 Zuschauer, die wir kennen, sondern das sind vielleicht auch mal tausend. Und du lässt vielleicht irgendwo mal ein Video laufen aus einem Spiel, wo du irgendwo siehst, dass da Zuschauer sind, die da mitjubeln. Also das sind schon Dinge, die du in diese Richtung mal lenken kannst. Aber die Ziele sind kurzfristig gedacht. Die Ziele sind kurzfristig gedacht, in der Hinsicht auf Leistung zu kommen, ein hohes Niveau als Mannschaft zu haben. Natürlich dadurch dann auch erfolgreich zu sein, aber es wirklich auf die Leistungsebene runterzubrechen. Die Leistung als individueller Spieler und entsprechend Teilziele mit den Spielern zu machen, aber natürlich auch als Gruppe zu funktionieren. Also weil einfach im U19-Bereich, es ist Mannschaftssport und wir haben Potenzialtraining und wir denken und sind spielerzentriert, aber es ist ein Mannschaftssport, wo auch ein sehr gut Grasie, um seine Aufgaben weiß, die er für die Mannschaft zu erfüllen hat. Und das müssen U19-Spieler auch blicken. Und so wie ich das vorhin gesagt habe, auch dieses sich durchsetzen, diesen Konkurrenzkampf, befreundet zu sein und trotzdem in Konkurrenz zu stehen und trotzdem zu zeigen, ich will meine Leistung bringen. Ich will auf den Platz. Das ist wichtig, dass sie das haben. Und das reibe ich ihnen eigentlich tagtäglich unter die Nase. Und so versuche ich auch Spielminuten ihnen zu geben. Je nachdem, wie sie trainieren, ist dann auch der Anteil der Spielminuten höher oder vielleicht auch mal niedriger. Und das müssen sie spüren. Und das sind eigentlich so die Zielsetzungen. Und du hast gerade vom tagtäglichen Arbeiten gesprochen. Philipp und ich haben in den 259 Folgen, die wir vorher hatten. Haben wir doch gar nicht gesagt. 260? Ja, heute ist sie 260. Wenn wir auf das NLZ blicken und wenn wir im Speziellen auf die U19 der vergangenen Jahre blicken, dann habe ich gerne eine These aufgestellt, die du jetzt hier an dieser Stelle endgültig bestätigen oder widerlegen kannst. Ich habe gesagt, Nico Willig ist auch sowas wie ein Pokaltrainer. Also die Pokalerfolge, die ihr geholt habt, 2019, 2022. Die Tatsache, dass es möglicherweise neben dem tagtäglichen Business auch sowas wie Highlights gibt, wenn man mal nach Leverkusen fährt, nach Bremen fährt, nach Berlin fährt. Ist das was, was du auch in dir drin hast, was du auch in dir spürst, wo du vielleicht eine besondere Motivation vermitteln kannst, ein besonderes Feuer den Spielern? Oder ist das einfach nur Zufall? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Das nehme ich gerne an. DFB-Pokal ist für mich in diesen Jahren, wo wir da mitgespielt haben, das sind die Highlight-Spiele überhaupt, dieses Spiel, wohin zu fahren, zu wissen. Es ist 50-50. Du siehst auch andere Örtlichkeiten. Es hat eine ganz andere Spannung, dieses Spiel. Es erfordert von dir was ganz anderes. Also mir haben diese Spiele immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich mit Höhepunkt DFB-Pokal-Finale. Aber auch, ich kann mich an viele geile Spiele erinnern, die wir so hatten in München, in Leverkusen und so. Das sind die Dinge, die für mich auf jeden Fall hängen bleiben. Und da geht es einfach auch darum, Wettkämpfer zu sein. Also ich auch Wettkämpfer zu sein, das vorzuleben meinen Spielern und die auch Wettkämpfer zu sein. Und danach einen Kreis zu bilden, Berlin-Berlin, wir wollen nach Berlin. Das ist einfach jedes Mal ein geiles Ritual. Ja, das ist, hast du nicht sogar den Relegationspokal ausgerufen? War das dich auch? Das warst du, oder? Richtig, ja. Ja, aber dieses eine, ich glaube, es war ein Halbfinale in München. Sensationell. Der großen, mit der TV-Übertragung. Aber du hast auch richtig gemerkt, was dann Feuer auch war. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch von der Seite. Deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass sich diese These bestätigt hat in diesem Fall. Ja, und das fehlt mir sehr dieses Jahr, dass wir nicht DFB-Pokal spielen. Also heute war wieder Auslosung. Es gibt immer Tränen, die sich da bei mir dann in den Augen bilden. Aber ihr spielt Verbandfokal die Tage, oder? Ist das nicht so? Jetzt in dieser Länderspielpause, also quasi in der nächsten Saison, dann nächste Pokalsaison, wäre die Chance wieder da, wenn man den württembergischen Titel holt, richtig? Richtig. Wir haben jetzt das Los FSV Hollenbach gezogen bekommen unter der Woche. Da haben wir uns doch gesagt, oh, nicht ganz um die Ecke. Deswegen haben wir das in die Herbstferien verlegt, dieses Spiel. Okay. Ganz anderes Thema, aber natürlich doch eins, das dich direkt betrifft. Der Trainer der Profis, Sebastian Hoeneß, selbst ein Mann der, sag ich mal, Spielerentwicklung, der Ausbildung und seine Sporen sich ja verdient bei Hertha Zählendorf, bei Bayern München, da viel auch im Jugendbereich gearbeitet. Wie ist das für euch jetzt in der Zusammenarbeit? Es gibt ja so eine Gruppe, so eine sich wirklich nicht treffende Gruppe, wo man Top-Entscheider aus dem NLZ-Bereich und aus dem Profibereich, wo man, sag ich mal, die Top-Talente bespricht, ihre aktuellen Leistungen und darauf basierend dann entscheidet, dürfen die jetzt mal im Training bei den Profis mitwirken oder haben sie sogar auch mehr Optionen. Wie ist das, Wahrnehmung, Durchlässigkeit, Zusammenarbeit mit Hoeneß, Kressidlo und Fatih auch, also generell das Profitrainerteam mit euch? Hat sich da was verbessert, verändert? Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Auch bei Reno schon. Ja, das war eben. Und auch bei Bruno. Bruno war in dieser Hinsicht auch sehr, sehr engagiert. Und Basti ist es jetzt genauso. Also da ist nicht der eine Trainer besser als der andere oder so, sondern auch diese Übergangssitzung, wo diese Leute zusammensitzen, die gibt es seit Jahren jetzt schon. Das ist jetzt schon ein Standard. Dieser Austausch ist gegeben und das ist sicherlich auch von oben gewollt, dass ein Cheftrainer sich mit seinen Mitarbeitern um die Belange auch des Nachwuchses hier kümmert. Von dem her ist es schon so. Was ich jetzt mit Sebastian Hoeneß intensiver hatte, waren einfach die Gespräche direkt am Platz. Also die Gespräche direkt am Platz, wo wir über den Spieler X und über den Spieler Y sprechen und er dann ein Stück weit auch, ja, tatsächlich auch meiner Meinung ein bisschen mehr vertraut hat, als es vielleicht in den letzten Jahren war. Auch das eine oder andere Meeting gab es jetzt schon, wo ich einfach meine Spieler oder meine Meinungen zu Spielern direkter äußern konnte und nicht über drei Positionen, sondern wirklich direkt ihm ins Gesicht und wie er das sieht mit seinen Co-Trainern und mein Bild der Spieler ihm direkt vortragen konnte. Und das ist das, was jetzt gut ist, woran man spürt, er hat schon auch einen Blick aus dem Jugendbereich. Er will schon auch gewisse Dinge haben, aber sieht natürlich auch dann wieder als sein Cheftrainer genau die Wege, die ich dann ein Stück weit auch mit den Spielern noch beschreiten muss. Und deswegen ist das bisher ein gelungener Austausch. Heißt aber nicht, dass es jetzt besser wäre als bei den anderen Trainern, die, wie gesagt, in dieser Hinsicht alle genauso bemüht waren. Hast du ihm also den Max Herbert reingesogen? Ist das die Übersetzung? Nein, oder? Aber du hast natürlich sich für jeden ausgesprochen. Der trainiert gerade bei den Profis. Luca Reimund war zuletzt zweimal im Bundesliga-Kader. Das sind ja Spieler, wo du eine gewisse Expertise auf jeden Fall mit eingeben kannst oder eingegeben hast. Also ich muss korrigieren, ich will niemanden reinsingen. Das ist nicht meine Aufgabe, welche reinzusingen, damit möglichst viele U19-Spieler da sind, sondern am Ende gibt es ein Leistungsprinzip. Und diese Spieler, wenn sie gewisse Leistungen bringen zu ihrem Talent, eine gewisse Mentalität dazu entwickeln und der Cheftrainer noch in ihnen was sieht, in den Spielen, die sie ja von uns auch angucken, dann ist das eine gesamtheitliche Entscheidung. Also die fragen dann bei uns nach, wie ist es mit dem Spieler? Wir haben den da mal gut gesehen. Ich gebe dann meine Meinung dazu und singe da nichts rein, sondern ich gebe meine Meinung. Und wenn die gut ist und wenn die fundiert ist, dann sage ich, ja, nehmt den dazu. Ich glaube, dass der diese paar Tage oder dieses Testspiel oder was auch immer, dass das für ihn eine gute Erfahrung ist und dass ihr dann einfach von dem was seht. Und jetzt bei Luca Reimund als Beispiel, der hat diese Englandreise gemacht und da hat er nicht nur eine gute Erfahrung gemacht, sondern einfach eine gute Performance gebracht. Ja, natürlich. Und dann sagt ein Cheftrainer, darf gar nicht wiederkommen. Dann freue ich mich natürlich auch. Ich hätte sie beinahe ganz gesehen. Man hat mich leider nicht gelassen. Nein, ich sehe schon, ich komme mit meinen flapsigen Sprüchen hier nicht weiter, aber so war es nicht gemeint. Ich wollte gerade sagen, das sind ja normalerweise die Dialoge, die sonst noch auf WhatsApp stattfinden und jetzt finden sie hier statt, vor den Augen der Öffentlichkeit oder vor den Ohren. Vor den Ohren, ja. Sehr schön. Nico, wie ist es denn, klar, du kennst jetzt den VfB und auch den Nachwuchsbereich wieder eine Westentasche. Wie sehr blickt man denn auch auf das, was die anderen Vereine dieser Größenordnung machen in Deutschland? Gibt es da Unterschiede? Wie sehr orientiert man sich daran oder nimmt da irgendwelche Inspirationen oder sagt, nee, das, was die machen, geht gar nicht. Wir sind da besser unterwegs. Wie sehr schaust du da auf das, was andere Vereine machen? Oder sagst du, ich bin hier beim VfB, wir machen unser Ding? Nein, wir machen schon unser Ding, weil wir natürlich unsere eigenen Bedingungen haben ein Stück weit. Man tauscht sich natürlich trotzdem auch mit Verantwortlichen anderer Vereine aus, sei es aus der Leitung oder sei es aus der Trainerrolle, wo man drüber spricht. Du hast Vorteile hier. Also zum Beispiel beneiden uns alle für dieses System, dass wir morgens um 11 Uhr trainieren können. Das finden auch viele toll, dass wir hier direkt die Profiabteilung im Haus haben. Das ist in anderen Nachwuchsleistungszentren eben nicht. Die sind wo ganz anders und dann ist die Verbindung noch schwerer zu bekommen. Also so wie so ein Gespräch am Platz, wie ich es gerade geschildert habe, das gibt es in anderen Vereinen nicht. Und dann ist es schwer, ein Zusammenleben ein Stück weit zu entwickeln. Also wir wissen schon, was andere machen. Vielleicht nicht bis ins allerletzte Detail, aber am Ende kannst du dir mal was abgucken, eine Idee übernehmen, aber es muss zu dir passen und deinem System. Und das sind so viele Experten hier in diesem Haus, die hier an Systemen eine Entwicklung entwickeln und daran tagtäglich schrauben. Da kannst du nicht irgendwas kopieren von irgendjemandem. Deswegen, wir sind ein Stück weit VfB und Schwaben und wir müssen ein Stück weit auch unseren eigenen Weg hier in dieser Welt des Nachwuchsfußballs finden, sodass am Ende was oben rauskommt. Du bist jetzt, was hast du gesagt, im Januar gehst du in dein neuntes Jahr, richtig? So war's. Im Januar bin ich acht Jahre hier. Du hast mal zu mir gesagt, als es darum ging, genau, das war nach dem Abstieg mit der ersten Mannschaft, bist du zurück auf deine U19-Trainer-Position. Danach haben wir uns mal unterhalten und da kam das Thema natürlich auch zur Sprache und hast den Satz gesagt, ich bin einfach sehr, sehr gerne Ausbilder. Also wenn man Profitrainer ist, ist man das ein Stück weit nicht mehr, weil man ja eigentlich mit Spielern arbeitet, die fertig sind oder auf dem besten Wege dahin. Siehst du das immer noch so? Ist das immer noch das, was dich antreibt, zu sagen, ich habe hier eine Trainer-Position bei einem Jahrgang oder bei einer Mannschaft, die so einen wichtigen Schnittstellenbereich darstellt, eben der Vita eines Spielers. Da kann ich so viel noch beeinflussen. Das möchte ich einfach weitermachen oder hat sich da was verändert? Also ich stehe hier unter Vertrag und solange ich hier zum Arbeiten komme, muss ich das auf jeden Fall so sehen und das Feuer dafür in mir haben. Das ist ja klar. Deswegen, wenn ich jetzt tagtäglich komme, dann ist das Feuer gegeben und ich bin Ausbilder und ich will ausbilden. Also soll der Spieler an dem Tag was von mir erhalten, so ein Stück weit. Ich weiß aber auch, dass ich nicht wie den Rekord von Norbert Elgert brechen will, der das seit 20 Jahren macht. Ich mache das jetzt im sechsten Jahr und 19, dass du natürlich dann trotzdem auch darüber nachdenkst, mal etwas anderes, eine Veränderung herbeizurufen. Ich glaube, das hat auch schon was damit zu tun, irgendwann mal aus einer gewissen Komfortzone rauszukommen oder es nicht ewig die gleichen Rädchen zu drehen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig und diese Diskussion führe ich natürlich ein Stück weit auch mit mir. Aber es war mir, wo du das mit der Profi-Phase auch genannt hast, es war mir schon wichtig, da den Vertrag auch zu verlängern, bewusst als Ausbilder zu verlängern, ein Stück weit auch eine gewisse Verlässlichkeit und Kontinuität darzustellen und die dann auch zu leben, weil ich stehe einfach schon auch für mich in den Werten für diese zwei Dinge und deswegen ist es eine wichtige Phase gewesen und in dieser Phase bin ich Ausbilder und das lebe ich bis zum letzten Tag. Jetzt läuft er ab, der Vertrag, im nächsten Sommer. Gibt es Gespräche? Nehme ich an, dass es die schon gegeben hat. Gibt es eine Tendenz? Gibt es was, was du uns sagen willst, möchtest, kannst, darfst? Ich kann sagen, dass es keine Gespräche gab, dass es, wie gesagt, dass man sich Gedanken macht über Veränderungen. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten so, sonst hätte es schon Gespräche gegeben. Alles Weitere ist noch genug Zeit bis zum Ende des Vertrags und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Durch den Weggang von Thomas Krücken zu Manchester City entsteht auf der absoluten Leitungsposition hier im Nachwuchsleistungszentrum. Man kann es zumindest vorüber gehen, also die Stelle ist momentan kein Nachfolger in Sicht. Macht das was mit eurer Arbeit? Ist das in irgendeiner Form von größerer Relevanz? Oder sagt ihr, du hast vorher gesagt, wir haben so viele Experten hier. Das bedeutet ja auch, es sind eigentlich genügend Leute da, die zumindest interimistisch das Ganze weiterführen. Ich glaube, die klassische Arbeit, die man im NLZ tut, übers Jahr hinweg, die wird davon nicht beeinflusst. So sehe es ich zumindest gerade, oder? Ich denke, als es Tagesgeschäft ist, sagst du, überhaupt gar kein Problem. Das läuft ganz normal weiter. Diese Dinge sind eingespielt. Es ist natürlich dann schon so, dass du irgendwann perspektivische Entscheidungen treffen musst, gewisse mittelfristige Themen dann aufkommen, die dann natürlich gut aufgehoben sind, wenn es da, sag ich mal, von den Zuständigkeiten klar geklärt ist und wenn die nicht zu lange brach liegen. Aber so jetzt aktuell im Tagesgeschäft gibt es da keinerlei Probleme. Auch deine persönliche. Also ein Gespräch mit einem Trainer, das in Vertrag ausläuft, ist genau in dieser Position zu verordnen. Und derjenige sollte das führen. Logisch. Du hast hier einen Zettel bei dir liegen. Du bist der zweite Trainer, der hier ist bei uns, der einen Zettel mitgebracht hat. Akribisch vorbereitet. Der letzte war Frank Farnhaus. Ja, ich versuche mich ja ein Stück weit auch in die Rolle meiner Gegenüber hinein zu versetzen, was die für fiese Fragen stellen können. Auf die fiesen Fragen habe ich Antworten dabei, aber ich musste tatsächlich sehr wenig bisher. Du könntest jetzt den Klaus Augenthaler geben. Du könntest dir die fiesen Fragen selber stellen und dann auch die Antworten. Ja, ich wollte mein Trainerteam noch loben. Das steht auch noch auf meinem Zettel drauf, weil ich, auch wenn ich vorhin von Verlässlichkeit und Kontinuität spreche, also mein Trainerteam. Ich arbeite mit Markus Grau seit sieben Jahren zusammen. Auch Tobi Rathke, Basti Hägele, Philipp Lang seit fünf Jahren. Das ist auch eine Kontinuität. Das ist schon wichtig, auch für Spieler, dass sie wissen, dieses Team ist eingespielt. Dieses Team arbeitet auf Augenhöhe miteinander. Das hilft den Spielern. Das gibt ihnen Sicherheit. Und jeder von uns ist ein Stück weit auch anders und hat einen anderen Zugang zu Spielern. Also es geht ja nicht nur um einen Cheftrainer, wie der die Spieler entwickelt, sondern das ganze Trainerteam entwickelt. Ja, Spieler, weil jeder anders andockt an den Spielern. Jeder eine andere Ansprache in anderen Typen braucht. Und da sind wir schon sehr unterschiedlich. Wir fünf, muss man schon sagen. Aber ich glaube auch, dass das ein wichtiger Part ist in dem Thema Spielerentwicklung, dass solche Trainerteams ein Stück weit auf Augenhöhe und stabil sind für die Spieler, weil es eine Verlässlichkeit für die Spieler da stand. Ist das auch ein Vorteil, dass Markus und Tobi, sage ich mal, eine Perspektive mitbringen einer Person, die halt schon mal da waren, wo alle hinwollen? Auf jeden Fall. Ganz klar. Ganz klar. Und Markus nicht nur für den Bereich Torhüter. Also der sagt genauso was über die Feldspiele, über die Art des Spiels. Und Tobi sagt hin und wieder auch mal was über die Torhüter. Nein, das ist ja klar. Diese Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven zu haben, ist einfach. Und jeder darf diese Perspektiven einbringen. Das ist einfach Gold wert. Ich hätte noch eine fiese Frage, die ich aber nicht als solche formulieren würde, sondern die klingt natürlich ganz positiv. Da habe ich mal gelernt. Du hast Kommunikationswissenschaft studiert, habe ich mal irgendwo gehört. Sag los, sag los. Bullshit bingo. Ich bin nur nachher gelaufen. Nico, ich habe rausgehört, dass auch du darüber nachdenkst, dich auch mal zu verändern, was anderes zu machen. Ich lese jetzt daraus oder höre daraus, dass du sagst, vielleicht in drei, vier Jahren sehe ich mich nicht mehr als U19-Trainer beim VfB Stuttgart. Aber wo siehst du dich denn dann? Also was sind denn so die Dinge, wo du vielleicht dir überlegst, das könnte ich mir vorstellen, das wäre noch was für mich in meiner Karriere. Du standst schon bei dem einen oder anderen Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, ein Haifischbecken. Gibt es aus deiner Sicht, wenn du in dich reinhörst, Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne machen, das könnte ich mir mal vorstellen? Egal ob beim VfB oder woanders? Ich muss einfach sagen, der Fußball hat so viele Facetten und er hat in allen Bereichen, vom Kinderfußball bis zum Profifußball, so spannende Blickwinkel drauf, dass ich ein Stück weit Bock hätte auf alles. Also deswegen, es geht mir darum, etwas zu tun als nächstes, wo ich Bock drauf habe, wo Facetten drin sind, die mir einfach Spaß machen. Und dann kann da, ja, stehen als Titel, was will. Ich muss drin aufgehen, so ein Stück weit. Und das ist das, wonach ich suche oder wo auch der Schritt der Veränderung dann hinführen muss. Und deswegen, der Fußball ist sehr breit und er hat sehr viele Möglichkeiten und ich möchte keine einzige dieser Möglichkeiten ausschließen ein Stück weit, weil sie einfach für mich alle irgendwo ein gewisses, ja, interessant sein können. Und je nachdem, wie sich das ergibt, will ich auch jetzt nicht überreden, was ist in drei vor fünf Jahren, weil zu meiner Zeit, als ich in Baling angefangen hätte, niemals hätte ich gedacht, dass ich beim VfB lande und dann noch einer der Trainer wird, die wahrscheinlich mit am längsten U19 gemacht haben. Also das ist utopisch für mich gewesen. Jetzt sitze ich hier und es ist so und bin auch ein Stück weit stolz drauf, muss ich sagen. Deswegen, keine Ahnung, was es in fünf Jahren gibt, aber ich hoffe, es macht mir Bock. Also ich finde das sehr, sehr, da darf man sehr stolz drauf sein, also das so lange zu machen mit entsprechenden Erfolgen auch untermauert. Aber ich verstehe es andererseits auch, klar. Du machst hier damals, als man in Baling, wie alt sind die E-Jugend-Kids? Zehn. Zehn. Ein Haufen Zehnjähriger organisiert hat, da ist natürlich nicht dran gedacht. Logisch, dass mal so ein Weg dahinter steht oder irgendwann dasteht. Gut. Ich für meinen Teil hätte... Da klatscht er, da macht er die Klappe. Ja, ich hätte Bock, zum nächsten Themenbereich zu gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Werbung und machen dann das, was wir sonst eigentlich auch mal machen, NLZ-News. Wen wundert's? Du willst nicht nur jede Woche den Pod Cannstatt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match-Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Wir nehmen mal deine Mannschaft erstmal raus, die steht nämlich gar nicht auf dem Zettel. Warum steht die U19 gerade nicht auf dem Zettel? Weil er das selbst machen darf. Weil Nico will ich selbst was zum Stand der U19-VfB sagen darf. Das hast du mir nicht gesagt vorher. Weil vergangenes Wochenende DFB-Pokal war. Genau. Und da ärgert er sich nochmal. Aber wenn wir da schon dabei sind, also jetzt am vergangenen Wochenende akut nichts, aber wie siehst du bisher den Saisonverlauf, die Entwicklung, die nächsten Aufgaben? Wie siehst du den VfB, die U19-Stand Mitte Oktober 2023? Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, also bis dato ist es eine gute Saison bisher. Es war einfach auch eine gute Vorbereitung, die vielleicht auch nicht ganz so zu erwarten war. Wie gesagt, auch der Saisonstart war nicht top und trotzdem ist es ja wichtig, auch wie gehst du mit Rückschlägen um. Wenn wir am ersten Spieltag zu Hause ein 1-4-Brett kriegen und auch noch richtig scheiße spielen, also das hat nichts mit Zufall zu tun, dann ist das ein Brett und Mannschaften oder Spieler müssen auf Bretter Reaktionen zeigen lernen. Und das haben wir dann gemacht. Wenn dann fünf Spiele in Folge gewonnen werden, ist es das eine. Aber es waren auch mindestens vier Spiele davon richtig gut gespielt. Und dann bin ich schon dabei. Dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Auch jetzt in Mainz. Es war wahrscheinlich in meiner U19-Trainerzeit 85 Minuten lang das beste U19-Spiel, das wir in Mainz absolviert haben. Mit der größten Chance zum 3-1, die man haben kann. Expected Goals quasi 0,98. Die haben wir aber nicht gemacht zum 3-1. Und dann laufen Spiele halt manchmal, wie sie laufen. Ich hatte so einen Spielverlauf in den letzten acht Minuten eines Spiels auch noch nie, aber eine Erfahrung reicher. Zwei Dreier in Mainz verloren. Entsprechend Wut im Bauch jetzt für die nächsten Aufgaben. Wir haben ein Topspiel in zehn Tagen gegen Frankfurt. Die werden auch Wut haben, weil die verloren haben. Aber das sind ja die Dinge, die wichtig sind in dem Bereich. Es ist nicht so, dass mein Trainerstuhl wackelt nach einer Niederlage in Mainz, für die kein Trainer und auch wenig Spieler was können. Sondern, dass du daraus lernst, so wie nach Fürth. Und das ist ja wiederum der Job hier als U19-Trainer. Und daraus, die Spieler besser zu machen, sind das die entscheidenden Schritte. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Monate bis Weihnachten, dass wir nochmal so eine Serie und vor allem so eine Performance auf dem Platz kriegen. Siehst du? Ja, das ist gut. Genauso war alles geplant. Alles gut, ihr habt ja mich schön ins Läge laufen lassen. Vielleicht ein Satz noch zu den Viertern. Also klar, 1-4 zu Hause, Heimauftakt gegen Aufsteiger, alles andere als standesgemäß. Aber die spielen ordentlichen Ball in der Liga bisher. Hättest du das so erwartet? Oder ist es nicht Usus, dass ein Aufsteiger im vorderen Mittelfeld mitschwimmt, sag ich jetzt mal, in der Art und Weise, wie sie es tun? Ja, da entsteht aber der Vorteil wieder, wenn du als Aufsteiger letztes Jahr schon zu großen Teil mit dieser Mannschaft gespielt hast, dann ist sie halt schon gewachsen. Dann ist sie so ein Stück weit stabil. Dann wurde sie nur punktuell verstärkt, hatte mir Hilbert dann erzählt nach dem Spiel. Und dann sind sie im ersten Spieltag einfach schon gewachsener, als es du bist ein Stück weit. Und das zeigt sich jetzt eben auch in diesen Ergebnissen, dass sie wirklich einen guten Ball spielen, so wie du sagst, und stabil in dieser Liga sind und jetzt auch im DFB-Pokal nur knapp gegen Wolfsburg verloren haben. Ja, dann hast du am ersten Spieltag einfach gegen einen guten Gegner verloren. Dann bleibt uns der Blick auf die anderen Mannschaften, die das NLZ ausmachen. Die zweite Mannschaft, die U21, hat gegen Mainz gewonnen, 4-0. Immer wieder Mainz. Immer wieder Mainz, ja. Wieder sich die Tabellenführung zurückgeholt. Das ist echt crazy momentan, wenn man sich die Regionalliga-Tabelle anschaut. VfB-2, Kickers. Ich glaube, Freiberg kommt dann auch noch recht weit vorne. Freiberg-Steinbach und dann, ja. Aber alles sehr knapp beieinander. Also ich habe mir das mal angeschaut, so zwischen dem ersten und dem zehnten sind es irgendwie nur vier, fünf Punkte Unterschied. Also das knubbelt sich da alles. Aber dennoch, das Team hat sich nach diesem 1-8 gegen Homburg, glaube ich, auch gefangen. Ja, und vor allem war das jetzt dieses Mal ein Spiel, wo du zum ersten Mal für dich gemerkt hast, dass eine gewisse Reife wahrnehmbar war. Auch die bisherigen Spiele waren, da waren viele Achterbahnfahrten dabei. Und dieses Mal hat es den Eindruck gemacht, dass die Mannschaft sehr reif, sehr seriös mit der ganzen Geschichte umgegangen ist. Mainz war eine Mannschaft, die relativ alt war für die U21 und dem nicht viel entgegenzusetzen hatte. Die hatte einen Spieler drin, Schabani hieß der, das war so gefühlt für mich der Einzige, der sich gewehrt hat an diesem Nachmittag. Der Rest, ja. Und dann zwei Castanaras Buden, beide schick. Und dann gibt es ja immer noch den Herrn Paula in diesen Reihen. Da kann der Nico auch einige Sätze wahrscheinlich dazu verlieren. Hat es ihm eigentlich, ich habe die Diskussion tatsächlich mit jemandem geführt, die Tage, hat es ihm gut getan, dass er so lange mit seiner Knieproblematik irgendwie ausgefallen ist. Für mich erweckt es den Eindruck manchmal, dass der irgendwie richtig Bock hat, nachzuholen, aufzuholen. Irgendwie wirkt es so. Also der war ja lange Zeit raus, auch bei dir, glaube ich, oder? War das nicht so? Nein. Jedenfalls hat er eher länger mit Knieproblemen zu kämpfen und jetzt scheint er in der Verfassung zu sein, die richtig stark ist. Das sich natürlich durch Tore ausdrückt, Woche für Woche, klar, aber die sind, finde ich, sekundär. Wenn man den jungen Mann spielen sieht, dann ist das auch schon eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch prognostiziert hätte. Täuscht mich der Eindruck oder ist das korrekt? Ich freue mich sehr, dass er so performt. Er hatte sich nämlich diese Knieverletzung im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund zugezogen. Und in diesem DFB-Pokalfinale hat er schon sehr, sehr gut gespielt auf hohem Niveau, auch die Monate vorher, sodass wir entschieden haben, er braucht kein zweites A-Jugendjahr. Er soll dann direkt in die U21. Und insbesondere nach dieser Knieverletzung, so wie du sagst, er will was aufholen. Es ist schon auch so, Verletzungen sind Rückschläge, aber sie stählen natürlich auch ein Stück weiter. Und er kam aus dieser Verletzung zurück und hat, glaube ich, zwei A-Jugendspiele bei uns gemacht. Sensationell. Nach einem halben Jahr Verletzung hat er zwei Top-A-Jugendspiele abgeliefert. Und das zeigt dann schon, du sagst aufholen, ich sage, es ist ein Reifeprozess. Er ist einfach durch diese blöde Geschichte gereift. Und jetzt ist er im ersten aktiven Jahr und performt in dieser Liga und vor allem hat er Quote. Und das war immer so ein Kritikpunkt von mir an ihm. Raul, du hast zu wenig Quote für deine Aktionen, die du hast. Er muss auf Quote kommen. Jetzt hat er diese Quote. Was dann passiert, ist klar. Das wissen wir. Und ein Stück weit gönne ich es ihm, weil er einfach in jedem Training wirklich ein Spieler ist, der immer Vollgas gibt. Jeden Tag in jedem Training. Und ja, ich wünsche mir schon, dass seine Wege und Schritte noch weiter nach oben führen. Wie siehst du die Entwicklung von Thomas Castanaras? Wir hatten es ja vorher schon von ihm, die Anfänge. Jetzt hat er auch schon mal Bundesliga-Einsätze gehabt. Ich meine, unter Bruno Labbadia in Leipzig mal von Anfang an in der Startelf gestanden. Jetzt wieder in der Regionalliga erfolgreich. Was traust du ihm zu oder wie siehst du gerade seine Entwicklung? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass er nach seinem Mittelfußbruch jetzt wieder zurück ist. Ich habe mich auch gefreut, als er in Leipzig aufgrund von Personalnot in die Startelf durfte und fast ein Bundesliga-Tor geschossen hätte. Es ist einfach ein Stück weit eine Belohnung für viel, viel Arbeit bei ihm. Das muss man sagen. Er ist ein Arbeiter auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Er lebt auch stark von seinem Selbstvertrauen und wenn dieses Selbstvertrauen im Keller ist, dann fragt man sich schon, kann der überhaupt Fußball spielen? Wenn er aber Selbstvertrauen hat, dann ist er natürlich ganz, ganz schwer zu halten und mit enormer Quote unterwegs. Und deswegen, wo führt der Weg hin, weiß ich nicht. Will ich auch nicht prognostizieren. Ich wünsche ihm einfach nur, dass er seinen körperlichen Zustand, die Fitness erhalten kann, dass er dort weiter drauf aufbauen kann und eine breite Brust hat. Weil dann stehen ihm als Torjägertyp, der auch ein Stück weit den Egoismus hat und trotzdem für eine Mannschaft mittlerweile auch arbeiten kann. Ja, solche Spieler sucht halt auch jeder Verein. Ne, beide auch tatsächlich. Der letzte Halbsatz, also für Nico gerade arbeiten. Thomas ging der Wege, die muss er nicht gehen. Haben wir bei Zero-Girassie vorher schon mal diskutiert und auch Raul hat das Spiel stand 3-0. Das 3-0 hat er selber erzielt. Es war tot, es war klar, Mainz zuckt hier nicht mehr. Und trotzdem ist er noch die Weitmege gegangen. Trotzdem hat er vorne angelaufen in einer Art und Weise und Aggressivität, die eigentlich gar nicht mehr notwendig gewesen wäre. Aber er hat halt erst aufgehört, als der String abgefiffen hat. Und das ist meistens ein gutes Indiz dafür, dass ein gewisser Reifeprozess tatsächlich stattgefunden hat und da noch was kommen kann. Jetzt müssen sie halt gesund bleiben, die Jungs, und dann mal schauen, was da die nächsten Wochen und Monate bringen bei den jungen Herren. Fehlt noch der Blick auf die U17? Richtig. Die hat 3-3 gespielt bei der TSG Hoffenheim. Die können also doch nicht nur gewinnen. Siehst du mal. Jetzt steht bei diesen Teams noch ein Päuschen an. Es sind auch die Auswahlmannschaften unterwegs. Für die U21 steht als nächstes in der Regionalliga das Derby an gegen die Kickers. Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr. Die U17 trifft am Dienstag unter der Woche, 24. Oktober ist es aber erst zu Hause auf den FC Ingolstadt. Und die U19, haben wir von Nico Willig gehört, Eintracht Frankfurt war es, ne? Richtig. Wollen wir jetzt mal hören, was unsere Kolleginnen vom Brustringfrauenpodcast über die Dame zu sagen haben, die eine bessere Quote hat noch als Serogirassi? Unbedingt. VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustringfrauenpodcast. Hallo zusammen. Heute habe ich mal wieder die Freude, euch mit den aktuellen Infos aus der Hafenbahnstraße zu bedienen. Was gibt's Neues? Bei wunderbarem Spätsommerwetter ging es am Sonntag zum Aufsteiger nach Gottenheim. Wer das jetzt noch nie gehört hat, muss sich nicht krämen. Das liegt im Preisgau in der unmittelbaren Nähe von Freiburg. Leider wurde dort auf dem kleinen Kunstrasen gespielt, der gefühlt noch enger war als das Spielfeld in Obertürkheim. Obwohl direkt dahinter ein wunderbarer Rasenplatz zu sehen war. Vermutlich wollte man das als Heimvorteil nutzen. Es ging tatsächlich dann auch recht eng zu anfangs und vieles ballte sich in der Mitte. Nach einer knappen Viertelstunde gelang es den VfB-Frauen aber dann mehr und mehr das Spiel in die Breite zu ziehen und über die schnellen Außen immer wieder durchzukommen. Nahezu zwangsläufig fielen dann auch direkt die ersten VfB-Tore quasi im Minutentakt. Ein unglücklicher Rückpass und Zweikampf der Torspielerin später gab es dann etwas mehr Platz auf dem Feld. Allerdings etwas anders, als sich das die Mannschaft von Heiko Gerber und allen voran Bézalézi vormittlich vorgestellt haben dürften. Denn der junge Schiri wertete ihr Einsteigen als Notbremse und ahndete es mit glatt rot. Der dazugehörende Freistoß landete dann zu allem Überfluss und abgefälscht unhaltbar für Ersatzgeberin Laura Botzenhardt zum 1 zu 3 im Kasten. Sie kam somit nach längerer Verletzung schon etwas unverhofft zu ihrem ersten VfB-Einsatz und das kann man eigentlich sagen. Sie machte ihre Sache mehr als ordentlich. Zu keinem Zeitpunkt musste man Bedenken haben, dass sie etwas anbrennen lässt. Etwas schade war es dann für die Torschützin zum 1 zu 0 Jana Spengler, denn sie musste dann somit nach den 20 Minuten, als die rote Karte gab, den Platz verlassen. Auch nach dem Platzverweis ließen die VfB-Frauen in jeder Minute erkennen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird und machten munter weiter mit dem Tore schießen. Hervorzuheben hierbei wieder einmal Jana Beuschlein, die vier Treffer zum Endergebnis von 1 zu 8 beitrug und somit den Hettrick bei den Männern noch übertraf. Mit neun Treffern führt sie die Torjägerliste der Frauenoberliga derzeit an. Jana Beuschlein kam zu Beginn dieser Saison vom Erstligisten aus Köln zum VfB. Sie fand das Frauenfußballprojekt, das in Stuttgart angestoßen wurde, sehr spannend und konnte sich schnell dafür begeistern. Ihre Wurzeln liegen ja in der Nähe von Würzburg und somit kam sie mit ihrem Wechsel auch wieder ein Stückchen näher Richtung Heimat und somit Richtung Familie. Und zu der Verpflichtung kann man eigentlich nur sagen, da kam die Anfrage einfach genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie wollte auch mal eine neue Rolle in einem Team einnehmen, vorangehen, etwas mit aufbauen und genießt im Team ja auch als Spielführerin höchstes Ansehen, fühlt sich in dieser Rolle sichtbar wohl. In Köln war sie ein Teil des Bundesliga-Teams und war für die Geißböckinnen, sagt man das so, insgesamt 19 Mal im Oberhaus im Einsatz. Vor ihrer Zeit in Köln sammelte sie erste Bundesliga-Erfahrung bei der TSG Hoffenheim. Dort kam sie als ganz junge Spielerin bereits mit 19 Jahren zu 79 Spielen in der zweiten Bundesliga, wo sie 46 Tore erzielte. Mit Hoffenheim holte sie insgesamt dreimal die Zweitligameisterschaft und wurde ab 2018 dann in den Kader der ersten Mannschaft integriert und spielte dort insgesamt 60 Bundesliga-Spiele. Wer gerne mehr über sie wissen möchte, darf sich auf unsere Podcast-Aufnahme mit ihr freuen, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden wird. Und wer es nicht abwarten kann, der hört heute Abend direkt bei den Kollegen Ricky und Butze bei STR mal rein. Da könnte es auch spannende Infos geben. Ja, nach vorne jetzt. Was kommt auf uns zu? Am kommenden Sonntag um 15 Uhr trifft die Mannschaft auf den TV deren Dingen. Das Spiel findet samt größerem Rahmenprogramm auf Platz 1 am Klubzentrum des VfB Stuttgart in Bad Cannstatt statt. Da die Männer in der Länderspielpause weilen, gibt es also nur eins am Sonntag. Auf geht's Richtung Stadion bei den Frauen vorbeischauen. Bereits um 12 Uhr spielen die Frauen zwei ihr Heimspiel als Tabellenführer gegen den FC Alfdorf. Das findet dann allerdings an der Hafenbahnstraße statt, aber nach Spielende schafft man das locker bis 15 Uhr nach Cannstatt. Alternativ gibt es dann auch noch im Fanprojekt des VfB ab 11 Uhr noch einen Stammtisch, von wo man dann auch gemeinsam Richtung Neckarstadion aufbrechen wird. Ihr seht, trotz Länderspielpause der Herren einiges los rund um den VfB. So, das war's auch schon wieder. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns. So, und dann haben wir noch normalerweise an dieser Stelle den Blick voraus auf das nächste Spiel des VfB, das da aber ja schon stattfindet, aber es ist kein Bundesligaspiel. Es gibt ein Testspiel am Donnerstag 14 Uhr. Es gab ein Testspiel, muss man sagen. Es gab, oh stimmt, Raumzeitkontinuum. Wenn ihr diese Folge hört, dann wird der VfB sein Testspiel gegen den SVW in Wiesbaden absolviert haben, Futur 2. Das Ergebnis entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Mit Max Herbert und Raoul Paula jedenfalls. Zumindest die beiden sind, glaube ich, definitiv haben gute Chancen oder hatten gute Chancen eingesetzt zu werden. Ein bisschen kompliziert, ne? Aber jedenfalls, ihr werdet alles Wichtige über die Partie natürlich lesen, auch bei uns auf den Portalen und in der App. Das Wichtigste ist natürlich wie immer, dass da keine Verletzungen passieren, dass das alles gut über die Bühne geht. Gilt auch für die Nationalspieler, die unterwegs sind mit ihren Auswahlmannschaften gerade. Der komplette Stammsturm ist, glaube ich, gerade irgendwie unterwegs. Stammsturm ist unterwegs. Girasis, Silas, Ito, Führig. Ja, Führig, Eklah, Ito. Dann hat der Kollege Wu-Jong-Jong, der die Asienspiele gewonnen hat, legt auch mal zwei Spiele nach, mit, glaube ich, Südkoreas, also unter Jürgen Klinsmann, meine ich. Das zweite Spiel findet statt im Rahmen des legendären Kirin Cup übrigens. Kirin ist doch, ist das nicht ein Kaltgetränk? Nein, Philipp, das ist was anderes. Okay, schade. Aber die meisten zumindest sind Freundschaftsspielmäßig unterwegs, also wirkliche Quali-Spiele findet ja auch noch Europameisterschafts-Quali statt. Das hast du natürlich nicht mehr, weil eben beispielsweise Kollegen wie Mavropano, Sosa, Endo und so weiter einfach nicht mehr da sind. Und 15 Spieler aus eurer Akademie. 15. Das ist auch ein ganz schönes Brett. Also ab der U16 gezählt. Ich glaube, drunter, gibt es drunter überhaupt Länderspiel oder internationale Einsätze? Nein. Tiefer als 16. Liegt auch daran, dass es Perspektivkader-Lehrgänge gibt. Deswegen ist es auf 15 auch hochgeschnallt, weil jetzt im U19-Bereich oder im U18-Bereich sind zwei Perspektivkader-Lehrgänge, wo vier Spieler von uns kommen. Okay. Erklär uns oder uns zu uns und den Hörern nochmal, Perspektivkader-Lehrgänge heißt, es werden quasi all jene eingeladen, die nicht zum A-Kader des Jahrgangs gehören und dürfen vorspielen. Die Erklärung ist, Deutschland ist U17-Europameister geworden, beginnt in einem Monat dort mit der U17-Weltmeisterschaft. Diese U17-Spieler sind jetzt U18-Spieler. Das ist der A-Kader. Aber sie haben einen neuen Nationaltrainer, der für die U18-Nationalmannschaft zuständig ist, damit er was zu arbeiten hat, bildet er jetzt Perspektivkader-Lehrgänge und schaut sich die Spieler, sagen wir mal, den zweiten Anzug so ein Stück weit an und sichtet diesen mal, um den direkten Kontakt herstellen zu können. Okay. Hast du eigentlich eine Meinung zu der Konzeption, wie diese Nachwuchsturniere von der UEFA organisiert werden? Also ich meine, dass die U17-EM war jetzt mit 16 Teams und dann ist ja Deutschland am Ende dann Europameister geworden. Ich glaube, gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Aber die U19-EM findet statt nur mit acht Teams. Da hat sich Deutschland gar nicht qualifiziert, weil die Qualifikation einfach wahnsinnig schwierig ist. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, also das ist nur meine persönliche Meinung, blöd. Ich will damit nicht sagen, dass ich für die Aufblähung dieser Turniere bin, aber mir schließt sich nicht, warum die U17 mit 16 Teams stattfindet und die U19 nur mit acht Teams. Siehst du da ein System oder ist das, bin ich eh nicht verwirrt? Da bin ich völlig blank, habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Gut, das ist höflich für, ich habe eine Meinung, aber ich sage es euch nicht auch nachher. Ja. Hat mich vor allem deswegen interessiert, weil die U19-EM hat auf Malta stattgefunden und da war ich ein paar Mal im Urlaub und deswegen hat mich das sehr interessiert, in welchem Stadion die kicken. Hab dann aber gesehen, dass ja dann einfach sehr wenige Mannschaften nur dabei sind. Wo findet denn die U17-EM statt? Haben wir nochmal ein Thema, das wir noch abarbeiten können? Oh, alle auf dem falschen Fuß, da guck an. Das musste ich wissen. Ich weiß es auch nicht. Aber dafür gibt es ja wie immer info at meinvfb.de. Richtig, genau. Es gibt auch Google, aber es gibt auch info at meinvfb.de. Genau, info at meinvfb.de, schreibt es uns und dann lasst uns wissen, wo es ist. Die letzte, die ich aktiv geschaut habe, war glaube ich in Brasilien. War das die letzte oder war das die vorletzte? Es gibt ja tatsächlich, also auch das ist wieder kompliziert. Du qualifizierst dich ja über die EM für die WM und dann gibt es dann die U20-WM und die U18-WM, wie Nico gerade gesagt hat und die finden aber teilweise auch zu ganz verrückten Zeiten und ganz verrückten Orten statt. Wir werden es nächstes Mal aufarbeiten und setzen auf eure Zuschriften, wie auch sonst immer info at meinvfb.de. Wir freuen uns immer über jede Zuschrift. Was ich allerdings sagen kann, damit wir nicht so leer dastehen. Chris Führig, der nominiert ist für die Nationalmannschaft, spielt jetzt oder ist zumindest dabei, ob er spielen wird, wird sich zeigen, ist dabei bei den beiden Nationalmannschaftsspielen der USA-Reise, was sehr, sehr spannend ist. Samstagabend 21 Uhr gegen die USA in Hartford und dann geht es nochmal drauf unter der Woche in der Nacht von, ich meine Dienstag auf Mittwoch, zwei Uhr nachts gegen Mexiko. Großartig. In welchem Stadion, Philipp? Du alter NFL-Aficionado. Im Lincoln Financial Field. Oh, Gottes Willen. Ja, nee, bin ich blank, bin ich blank. Bei Mexiko fällt mir immer nur ein, bei jedem Kontinentale Turnier mit die schönsten Trikots. Und sie hatten früher einen Torhüter, Jorge Campos hieß der, der aussah wie eine Verkehrsampel. Der hatte immer diese Trikots, diese schreiend bunten, meistens mit aztekischen Muster oder sonst was, weil er sich tatsächlich davon ausgerechnet hat. Er war relativ klein. Je verrückter und je Signalfarben stärker meinen Kittel, umso mehr schaffe ich es, die gegnerischen Stürmer zu beeindrucken und vielleicht abzulenken. Und es ist ihm mal gelungen, mal nicht. Also was Chris Führig auf jeden Fall erwarten wird, ist tolle Atmosphäre, zumindest bei diesem Mexiko-Spiel. Ganz klar, ganz klar. Ich glaube bei beiden, weil auch die USA sind mittlerweile auf einem, also da ist schon eine andere Wahrnehmung des Themas Fußballs, auch im Männerbereich. Beim Frauen machst du schon immer so da, als es früher vielleicht der Fall war. Kann ich als langjähriger Beobachter das Gold Cup, Philipp, das ja die Nordamerika-Meisterschaft ist. Ah nee, Mexiko, also tatsächlich auf dem amerikanischen Kontinent gegen Mexiko ist schon cool. Da wird Chris Führig sicher viele Eindrücke mitbringen und hoffentlich auch zu Einsätzen kommen. Und wir schauen jetzt mal, ob wir dem Gast noch das eine oder andere Thema entlocken können. Nico, da du regelmäßiger Hörer bist, sagt dir wahrscheinlich das Thema Tiki-Taka was. Ja, manchmal bin ich da aber gerade schon zu Hause, weil dir länger als eine Stunde spricht und meine Rückfahrt nur eine Stunde geht. Er schafft es so wunderbar, unverschämte Dinge freundlich zu formulieren. Das finde ich total gut, das finde ich total gut. Kann ich auch gut mit arbeiten, jederzeit. Ich auch. Beginn bitte, Christian. Deine Lieblingsstadt in der Region, du bist ja hier unterwegs gewesen, wir hatten es schon besprochen. Was ist dir lieber, sowas wie Balingen oder Stuttgart? Ja, wenn du in einer kleinen Stadt aufgewachsen bist, dann bist du eher für die kleine Stadt natürlich. Balingen ohne H. Wichtig. Wichtig, sehr wichtig. Ja, Kulinarik bin wie immer ich dran. Maultaschen geschmelzt oder Zwiebelroschbraten? Zwiebelroschbraten. Ordentlich so ist aber bei beidem, nehme ich an. Auf jeden Fall. Und das richtige Getränk dazu. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist wohl wahr. Wir gehen nicht weiter darauf ein, Wasser natürlich. Die letzte Kategorie und tatsächlich gut, dass wir das erwischt haben, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Die DFB-Pokalsiege mit dem VfB. 2019 oder 2022? Gibt es einen, der dir lieber ist, wichtiger ist oder beides gleich? Ja, beim 19er war ich ja nur im Fernseher, weil ich in der Zeit die Interimsphase hatte. Aus Gründen. Aus Gründen. Natürlich war trotzdem das ein tolles Erlebnis, da hinzukommen. Aber mir dann erzählen zu lassen, wie das war, das hat schon wehgetan. Weil alle begeistert waren und das war noch und drumherum und das Bankett und hier noch und die Stimmung. Es dann selber zu erleben und es dann auch in die richtigen Bahnen zu bekommen, muss ich sagen, habe ich genossen. Also ich habe auch das Spiel genossen, ich habe das Ganze drumherum genossen. Ich war da schon ein bisschen in einem Zustand, der das aufnehmen konnte. Das war nicht zerfressen von Nervosität, sondern es waren fünf ganz tolle Tage, deswegen ganz klar 2022. Ist das ein großes Thema, der Nervosität? Also immer noch, wenn man jetzt sechs Jahre U19 trainiert und schon einige Spiele hatte, wo es so wirklich was ging, ist das immer noch so? Nein, also nein, aber es ist dein erstes DFB-Pokalfinale, also da kannst du schon nochmal ein bisschen einen höheren Puls haben. Tatsächlich war das an dem Tag eigentlich echt, muss ich sagen, entspannt, weil von der ersten Minute das Spiel eigentlich so lief, wie ich mir das vorgestellt und ausgemalt hatte. Und du gemerkt hast, die Jungs sind im Flow, ich kann jetzt auch gehen, so ein Stück weit. Und da hatte man ja auch irgendwann, es gab so eine Drangphase der Dortmunder, daran kann ich mich ganz gut erinnern, als dann irgendwie, glaube ich, mein Ball auch an die Latte ging und dann Monsterparaden. Ich glaube, irgendwann hatte man so das Gefühl, die können auch bis morgen früh spielen, wir lassen hier heute keinen mehr rein. Ja, das ist dann auch draußen, das registrierst du dann auch und merkst auch die Körpersprache, der Bank daneben, aber auch der Spieler, die sinkt in sich zusammen. So, und dann weißt du, du bist auf der Siegerstraße. Ich glaube, wir waren auch auf der Siegerstraße mit Folge 260 heute, Philipp, oder was meinst du? Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, hat mir großen Spaß gemacht. Hab sofort wieder WhatsApp-Sprachlachiv verkehren. Aber Nico, vielen lieben Dank, dir hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, zweifellos. Sehr gut. Jetzt fehlen nur noch euch da draußen, ihr da draußen, ihr fehlt noch. Aber ich glaube, auch euch konnten wir heute wie immer was mitgeben. Ein bisschen Unterhaltung, sehr viel Einblick und eben Informationen aus allererster Hand von einem, der Ausbilder des VfB Stuttgart. In der nächsten Woche natürlich alles zu den Länderspielen mit VfB-Beteiligung. Der Blick voraus auf das komplizierte Spiel dann an der alten Försterei bei Union Berlin mit auch einem Gast. Richtig, Steffen Görstorf vom Institut für Spielanalyse, den ihr, so ihr denn unsere Sendung schon länger hört, wahrscheinlich schon alle kennt. Und wer nicht, der lernt sich nach nächster Woche kennen. Nico, vielen herzlichen Dank. Gerne. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Podcaststadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.